Einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer, zum heutigen Live-Event Trading Dow Jones heißt es bzw. Fat Event heute natürlich im Fokus. Ich begrüße euch ganz herzlich, möchte gleich zu Beginn, falls es dann auch die Action gibt, hier entsprechend auf unsere heutigen Protagonisten hinweisen. Ihr wisst das, der lieber Andreas ist zugegen, meine Wenigkeit, der Chris auch am Start zur heutigen Abendstunde und wir hatten im vergangenen Monat ja wirklich einen außergewöhnlichen Event vor dem Hintergrund, dass hier die ein oder andere Erwartung, und da möchte ich mich nicht ausnehmen, hier wirklich Einschlug im Rahmen dessen, dass es dann doch früher als erwartet zum Tapering kommt, zum Eindämmen der Liquiditätsmaßnahmen und hier auch dann eben Zinsmaßnahmen, nicht nur für 2023, sondern gegebenenfalls auch schon Ende 2022 ausgeworfen wurden und das ist natürlich historisch gesehen schon immer ein Richtungsschwenk der Notenbanken, wenn denn solche Aussagen getroffen werden. Man darf eben mal überlegen, was heute im weiteren Tages-, Schrägstrich, vielmehr, Tagesverlauf, USA-Abendverlauf bei uns noch dann verlautbart, wird jetzt 20 Uhr im Prinzip nichts zu verändern, aber im Kontext der Pressekonferenz 2030 wird es dann sicherlich sehr spannend. Da geht es nämlich dann um gewisse Details. Wir wollen doch mal sehen, was die Märkte uns zu bieten haben. Faktisch sind wir in den Earnings in der Quartalsaison in den USA und ihr wisst das sicherlich hier und da, wahrscheinlich sogar besser als ich, was die Tech-Konzerne hier abliefern. Alphabet lässt grüßen, Microsoft und Co. Apple mit starken Zahlen und das ist natürlich etwas, was die ganze Tech-Szene vorantreibt. Nichtsdestotrotz wuppelt der DAX auch so ein Stück weit umher und insbesondere heute geht es natürlich auch um die US-Indizes. In der Vergangenheit hatte ich ja auch schon auf den Big-Picture-Shard meiner Zeit hingewiesen, sodass ich hier auch noch nicht denke, dass die Party vorbei ist, sondern dass wir rein zyklisch ja ohnehin noch reichlich Luft bis ins kommende Jahr haben und darum soll es dann eben auch gehen, dass wir ein Stück weit einen Ausblick wagen, uns aber heute auch speziell dem Intraday-Trading widmen. Der liebe Andreas, ich muss dann mal im Chat schauen, ob er denn schon zugegen ist, wird hier sicherlich auch wieder den Dow Jones oder den Nasdaq 100, vielleicht auch den S&P 500 unter die Lupe nehmen. Faktisch geht es jetzt gleich los und wenn es denn zu Live-Trades kommt, liebe Teilnehmer, ihr wisst es, aber ich muss es immer auch erwähnen, klarerweise, hey, niemals als Handelsempfehlung bestehen, sondern immer eigenständig die Verantwortung für Trades übernehmen und da auch selbstverantwortlich seine Entscheidungen treffen. Wenn wir hier sozusagen das vormachen oder auch ansprechen, dann sind das unsere subjektiven Entscheidungen und auch Trades, die wir subjektiv verantworten und auch natürlich dann wohlwissentlich mit entsprechenden Risikoparametern versehen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich will auf jeden Fall euch willkommen heißen zur Abendsession und insofern würde ich jetzt gleich mal den lieben Andreas schon mal suchen und hoffentlich auch gleich finden. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn gerade schon im ETA gesehen. Erstmal Grüße in die Runde an alle Teilnehmer, die sich jetzt auch so nach und nach einfinden. Das Auditorium füllt sich, wir sind gut dreistellig schon unterwegs. Bin mir nicht sicher, dass wir hier André Tite das Event vom letzten Jahr schlagen. Da waren wir in der Tat 1300 Teilnehmer im Webinar. Das ist sehr anständig gewesen, aber der Weg bleibt das Ziel. Das wollen wir hier bei JFD dann auch schaffen, damit wir hier natürlich immer wieder eine Lanze auflegen. Genau, JFD Bank. Ich bin hier als Tite Agent und Dachmanager am Start. Wenn ihr Fragen habt rund um den Broker, lasst es mich wissen. Wir wachsen weiter und ich darf vorab auch schon mitteilen, dass Ende des Jahres ein Geburtstag ansteht unsererseits und wir hier im Jahr 2020 noch mal mit ganz anderen Dingen aufwarten werden. Doch das, liebe Kunden, sofern ihr da welche seid, wenn nicht, prüft uns gern kostenlos mit dem Demohandel, solange ihr wollt. Letztlich werdet ihr da informiert, was da sozusagen an den Start geht. Die Erscheinung und auch die Startseite, das darf ich schon mal vorweg schicken, wird sich etwas ändern. So, da mal genug der Vorrede. Der lieber Andreas, glaube ich, ist schon wieder rausgeflogen aus dem Netz. Jetzt ist er wieder da, sehe ich gerade im Chat. Andreas, ich würde dich dann mal so ein Stück weit als Moderator ernennen, wenn du auch drin bleibst im Webinar und nicht sozusagen wie gerade eben gesehen und dann doch wieder verschwunden wieder raus bist. Gib doch mal laut im Chat, ob du sozusagen alle Systeme bei dir ready to go hast und dann wollen wir auch langsam loslegen. Ich will auch gleich vorwegnehmen, liebe Teilnehmer, was da in China passiert gegenwärtig ist wirklich krass. Also, ich will jetzt nicht zu sehr in die Weltpolitik übergehen, aber was da stattfindet, ist schon sehr beeinflussend und ihr wisst es, wenn ihr vielleicht Tencent oder Alibaba oder andere Tech-Aktien habt aus dem fernen Osten, dass diese doch schon sehr gelitten haben. Da darf man dann wohl wissentlich hier sagen, hey, die Techs in den USA haben dann doch auch ein ganz anderes Fundament und ich sehe gerade, der liebe Andreas ist am Start. Jawohl. Andreas, ich will mal sehen, ob dein Mic funktioniert. Ich würde dich schon mal freischalten, bevor ich dir dann zeitnah die Moderatorenrechte gebe. Unter Trading-Gesichtspunkten will ich vielleicht nur vorwegnehmen, liebe Teilnehmer, ich bin noch positioniert, sowohl Short beim Euro, US-Dollar als auch Short beim Gold. Das nur mal am Rande. Ich hatte da letztens auch schon kundgetan, dass ich hier und da meine Position entsprechend gegebenenfalls verkleinere oder auch ausbaue. Ich habe hier schon teilweise Maßnahmen ergriffen, um die Situation, egal was bei der FED passiert, in den Griff zu kriegen. Gestern hatte ich ja ein Euro-Resteller-Short eröffnet und die Gold-Short läuft schon seit längerer Zeit. Muss sehen, wohin die Reise geht. Letztlich hier kurz der Metatrader-Short im Stunden-Short zum Euro-Dollar noch. Da bin ich mit dem Stop ein Stück weit runtergegangen, über das Vortageshoch. Da sehen wir gerade die entsprechende Stundenkerze, die jetzt hier gleich zu Ende tickt, denn dann werden wir 20 Uhr eben die erste Verlautbarung von der FED kriegen. Meine Idee ja grundsätzlich, unabhängig dieses jetzt dargestellten Trading-Shorts ist ja hier, dass der Euro-S-Dollar nach unten dippt. Genau übrigens auch wie der Goldpreis. So meine subjektive Einschätzung. Hier auch Euro-Dollar entsprechend nochmal in den Risikoparametern hier auf Tagesschartbasis visualisiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier nochmal nach unten droppen und die letzten Tiefs rausnehmen. Das ist zumindest meine Erwartungshaltung. CAV hier schön 2 zu 1. So sieht es mal aus. Ich habe jetzt hier den Stopp entsprechend auch schon aggressiv nachgezogen. Also wirklich ein minimales Risiko. Wenn wir denn nach oben gehen, dann ist es ein Trade, der hier sozusagen mal stattfand im Rahmen des Versuchs vor der FED hier eine Positionierung zu finden. Wie gesagt, leicht vorne. Ich war auch schon knapp in einem R sogar vorne. Wir sehen es ja, der Euro-Dollar hat heute schon mal einen schönen Tauchgang eingeschlagen. Ich hätte mir gern gewünscht, dass wir hier die Vortagestiefs touchieren, Schrägstrich die Average Daily Range, die ist bei 1,1780 ein Stück weit rausnehmen. Wenn das passiert wäre, dann hätte ich sicherlich einen Teil der Position schon geschlossen. Dazu kam es jetzt aber nicht. Also insofern warten wir mal ab, was da noch passiert. Im kurzfristigen 1 und 5 Minuten Chart tue ich erstmal nichts. Bisher vielleicht dann gegen 20, 30, 20, 45. So, lieber Andreas, jetzt check mal dein Mikrofon. Du bist nicht mehr stumm geschaltet. Wenn du in Aktion treten möchtest, sollte das jetzt gehen. Check, check, check. Sehr gut. Hey, sehr gegrüßt. Grüße in den Norden. Regnerisch ist es bei uns, aber das soll uns ja nicht von dem Tätigkeitsfeld abhalten. Ne, ihr kriegt ja mit Flüssigkeiten, Wasser vor allem von oben einiges ab im Süden. Also hier im Norden ist mehr oder weniger eine Gedürre angesagt und damit reden. Darüber rede ich nicht, was ich am Wannsee gesehen habe. Eine große Dürre wird kommen. Nein, Spaß beiseite. Das ist durchaus ein ernstes Thema. Die Schäden sind auch so hoch wie in den letzten 20 Jahren nicht mehr gewesen bei einer Naturkatastrophe. Anders kann man das nicht hier nochmal kommentieren. Auf der anderen Seite haben wir an der Börse oder als Börsianer da wenig Einfluss drauf. Also wir müssen das ähnlich wie die Kursbewegung hinnehmen, nach vorne schauen und das Beste daraus machen. Und da gibt es gerade bei den Versicherungen ja auch ganz viele Themen, die wir vielleicht auch nochmal im Laufe des Abends mit durchsprechen können. Ich denke, nicht so wie du übrigens, aber das ist ja auch okay, weil wir uns gegenseitig damit auch ein bisschen meinungstechnisch hatchen könnten. Ich denke, der Euro-S-Dollar geht eher nach oben. Ich glaube nicht, dass er nochmal nach unten wegdippt. Und ich denke, auch der Dow Jones wird die 35.000 normalen Augenschein nehmen. Die Korrektur durch die US-Quartalszahlen bei den Unternehmen, die wir gerne nachher auch nochmal ansprechen. Haben wir zwar schon im Live-Trading-Rum so ein bisschen angesprochen, aber nicht komplett. Würde ich heute Abend mit verorten, weil es ja ganz gut passt zur Wall Street Session, wie sich die Aktien da verhalten. Weil es sind ja auch die Schwergewichte, die ziehen letzten Endes den Markt. Das kommt alles zusammen. Das ist alles miteinander verzahnt. Und das ist ja das Schöne bei unserer Abendveranstaltung, dass wir das dann gebündelt mit unseren Kompetenzen hier in den Äther bringen. So, da sehe ich, da droppt gerade genau das, was ich eigentlich erwartet hatte. Nehme ich der Euro in Richtung der Tagestiefs. Insofern 1 zu 0 für mich. Aber wir dürfen unterschiedliche Meinungen sein. Das ist ja genau das, wie du ansprichst. Hier sehen wir gerade den Live-Chart Euro-Dollar. Der sucht sich jetzt hier erst mal seinen neuen Weg. Und das war ja die Idee, dass wir das Vortagestief ansteuern. Spannende Situation. Kann sich natürlich innerhalb der nächsten... Nichts passiert, genau. Das ist genau der Punkt. Also insofern auch das, was wir im Juni schon hatten. Ja, die Bestätigung dessen, dass hier nichts irgendwie zurückgeschraubt wird, ist vielleicht das, was den Dollar kurzfristig wieder Auftrieb gibt. Aber wir haben hier eben ersetzt, dass die Schwankungen sind hier exorbitant. Und ich weiß, dass wir auch viele Index-Trader haben. Insofern will ich mal vom Euro-Dollar wegschwenken. Lieber Andreas, gib dir mal den Bildschirm rüber. Vielleicht hast du auch hier und da eine Idee zum Dow Jones direkt. Ja, da ist noch gar nicht so viel passiert. Mach das mal. Und gerne auch die Moderatorenrechte, damit ich auch die Fragen hier sehe. Ich würde übrigens im Euro-S-Dollar durchaus heute auch aktiv werden, weil ich eben denke, dass wir an den Tiefs hier auch nochmal eine Bewegung sehen können, die in die andere Richtung geht, also nach oben gerichtet ist. Und genau das, wenn du mir die Rechte gibst, kann ich dann hier abbilden. Wir sind jetzt hier noch nicht auf den Tagestief gewesen. Also das sind immer noch Kurse, die man sich mit Verlaub anschauen sollte und wo es vielleicht auch eine technische Gegenreaktion geben kann. Also da bin ich wirklich gespannt drauf, was wir hier noch uns einfangen können an Positionen. Also du bist eher derjenige, der auf das Tagestief spekuliert. Ich derjenige, der auf eine Bewegung nach oben spekuliert. Mal sehen, wer sich durchsetzt. Im Idealfall durch unterschiedliche Zeiteinheiten hat jeder Trader was von. Richtig. Richtig, richtig, Andreas. Absolut richtig. Wie gesagt, ich denke ja auch über eine Teilpositionsschließung nach und hatte heute Morgen auch im Devisenradar Silber und Gold schon analysiert. Ich rechne ja hier auch durchaus, das ist das, was ich eigentlich mir so ein Stück weiter wünsche, ein kurzfristiger Drip oder Drop nach unten. Und ich erwarte für den August hier in der Tat auch einen steigenden Goldpreis und steigenden Euro-Dollar. Allerdings jetzt im Vorfeld eben hier so ein Stück weit Luft rauslassen. Die Longs unten auf der Südseite hier schön abfischen, könnte ich mir super vorstellen, um dann eben hier den Rebound zu machen. Die 1,750 für mich hier der Kauftrigger übrigens als Marke, wo ich hier zwischen 1,750 und 1,17 darauf lauere, dann auch in eine Long zu gehen. Also ich will das nicht falsch verstehen lassen. Kurzfristig bin ich short ausgerichtet und positioniert, aber sehe auch hier nach dem Drop nach unten eigentlich die Aufwärtsbewegung, die du nicht siehst. Also jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ich schiebe dir mal den Bildschirm rüber, weil das hatten wir noch nie, dass du auch Euro-Dollar konträr sozusagen siehst und vielleicht sogar handeln willst. Ich gebe dir jetzt den Bildschirm rüber und Org-Rechte kriegst du dazu, damit auch die Teilnehmer natürlich Fragen stellen können. So, jetzt haben wir den Bildschirm geswitcht, liebe Leute. Jetzt sucht der Andreas erst mal aus seinen 500 Desktops den richtigen aus. Da sehen wir auch schon. Action. Action, genau. Den Dow Jones hast du dir gewünscht. Den habe ich als erstes hier eingeblendet. Das Schöne ist ja auch, wenn wir mit unterschiedlichen Platz welcher Analyseinstrumente man nutzen kann. Ich bin eher derjenige, der das sehr simpel und stupid verwendet, ohne Indikatoren und den Dow Jones, den sehe ich wie gesagt in Richtung 35.000 und höher. Werde aber jetzt bei der ersten Bewegung nicht reinspringen. Reingesprungen bin ich im Euro-S-Dollar, als wir hier gerade plauderten, jetzt eben hier an diesem Verlaufstief und hier an diesen. Das heißt, ich bin hier mit zwei Positionen im Euro-US-Dollar jetzt long und würde die Position auch entsprechend gleich managen. Das heißt, ich kann bei dieser Position hier die Stopps, die ich, und du wirst dich wundern, weil man sie nicht sieht. Ich habe nämlich die Stopps dahin gesetzt, wo du hier quasi deinen Trigger gehabt hättest, hier unten an die 50 und das würde ich jetzt an das Tagestief erst mal ranziehen. Also ich habe ein bisschen Luft gelassen, weil die ersten Bewegungen natürlich immer sehr in eine Richtung volatil sein können. Ab hier war ja die Abrisskande. Das ist der Ein-Minuten-Chart im Euro-S-Dollar. Um das auch in beiden Zeiteinheiten zu zeigen, würde ich nämlich diesen Fünf-Minuten-Chart hier mal öffnen bei TradingView und da habe ich nämlich eine größere Unterstützungszone. Deswegen, die geht nämlich bis zu 1,1750 nach unten und im größeren Chart sieht man auch, wo die herkommt. Warum die hier verzeichnet ist, weil wir in den letzten Tagen immer mal wieder hier unten Kraft gesammelt haben und warum soll es nicht wieder über die 1,18 gehen? Also das kann nur der Markt beantworten am Ende und wenn er tatsächlich die Tagestiefs rausnimmt und hier unten nochmal die Stopps testet, dann bin ich halt wieder raus. Ist auch in Ordnung. Also das sind ja immer solche Wahrscheinlichkeiten, mit denen wir als Trader hier umgehen und insgesamt hast du natürlich recht, wir sind erst noch in einem Abwärts-Trend-Szenario heute Intraday zumindest gefangen, wenn man gestern das hochnimmt und heute das hoch, so sind die beiden hochfallend. Also das spricht nicht dafür, dass man hier direkt in ein Long-Szenario wechseln muss, aber diese Unterstützung, das reizt mich dann immer schon. Ich bin eher der Contrarian-Trader, der versucht dann an Unterstützungen zu kaufen, ziemlich eng an Unterstützung, auch mit engen Stopps und bei Widerständen dann eher rauszugehen und ja, die Seite dann auch zu wechseln. Also wenn wir aus der grünen Zone hier rauskommen und schließen, mit einer fünf Minuten Kerze, dann wären wir wohler bei der Position und ansonsten können wir auch nachher gerne nochmal über ein paar asiatische Aktien sprechen. Du hast von Tencent geredet, ist das der kleine Bruder von 50 Cent? Möchte man annehmen, wenn man zu der ersten, sage ich mal, Erscheinung hört an der Stelle, aber nein, es ist natürlich wirklich ein Big Player, der da so rüberschielt aus Asien, aber man muss wirklich sagen, klarerweise ein Stück weit die Weltwirtschaft wird natürlich nicht nur, sage ich mal, theoretisch aus China sozusagen gelenkt, sondern es ist in der Tat ja auch rein wirtschaftswachstumstechnisch erstaunlich, was da abgeht und was da wahrscheinlich auch in den neuen Jahrzehnten oder im neuen Jahr in den nächsten Jahrzehnten auch abgehen wird. Die Chinesen haben da ihre großen Jahrespläne aufgerissen und ja, halten da auch eine ganz andere Politik, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, also Social Scoring und Menschenrechte wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Das ist meines Erachtens sehr fragwürdig, aber natürlich mit ihrem Ameisenprinzip haben sie natürlich auch was auf die Beine gestellt, inklusive Bevölkerungsmasse, was tatsächlich dem Westen so ein Stück weit da auch aufstößt, was da sozusagen passiert und China will eben die Kontrolle auch nicht verlieren. Das fing ja mit dem Krypto-Thema an, auch vor einigen Wochen, geht jetzt auch eben über die Tech-Konzerne weiter und da wurde wirklich und wir sagen wir leben in einer Demokratie, in einem freien Land, in einem Land, wo man Meinungsfreiheit so weit, so gut auch noch äußern darf und da ist natürlich etwas wirklich in Frage gestellt, wenn man da sozusagen nach Fernost blickt und das kann sich natürlich auch wirtschaftlich massiv auswirken. Auf die Fed, wie gesagt, keine Veränderung, wie du sagst. Euro-Dollar übrigens, wir können uns die Hand geben, das ist genau die Zone, die ich auch als interessant erachte, wo ich meine, hier in dem Bereich muss man wirklich auch auf Long schauen und die Idee wäre tatsächlich rein zu droppen, wenn er da runter geht in einen Long. Du hast das vorher getan, auch wohl wissentlich, dass jetzt in circa 22, 23 Minuten hier auch dann die PK anfängt und da kann es eigentlich noch mal richtig Wallung geben. Ich muss sagen, ich war zugegebenermaßen überrascht über diesen ersten Move an den Märkten, weil prinzipiell gab es ja jetzt nichts Neues, also nichts Verwerfliches, wo man sagt, okay, jetzt hat sich wirklich massiv was geändert. Ich muss gerade mal die Newslage checken, aber im Prinzip sehe ich hier nichts. Das hatten wir aber beim letzten Mal doch auch, wenn du dich erinnern kannst, die letzte Fettssitzung, auch da nichts passiert und das ist dieser Ausgangs-Move, der wurde komplett wieder revidiert, was ja hieße, dass der Dow Jones hier auch noch mal ein Stück weit wieder zurück abtaucht. Ich schalte gerade mal rüber, was da passiert ist. Also diese erste Bewegung nach oben, ja, die ist auch schon wieder revidiert worden und da dürfte 20.30 Uhr auch wieder der Stand rauskommen, der auch 19.59 Uhr rauskam und weil du die China-Dinge ansprichst, also man kann geteilter Meinung natürlich sein, ob jetzt China sich stark in die Marktwirtschaft einmischt. Es ist ja auch nicht eine freie Marktwirtschaft, das muss man auch noch bedenken. Ja, es ist auch eine, die Partei, die Partei steht über allen. Das muss man hier den Chinesen erst einmal zugute halten, wie sie das dringend auch durchziehen und ob das jetzt dumm oder nicht dumm ist, das ist die große Frage. Ich habe auch im ersten Effekt gedacht, ja, wie können die sich denn da einmischen? Ja, also sollte doch reines Marktangebot-Nachfrage- Verhältnis hier dominant sein. Aber wenn man mal um zwei Ecken denkt und vielleicht auch auf Sicht von 10, 20 Jahren, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht, denn wenn man sich andere Länder hier zugute hält, Norwegen zum Beispiel mit dem riesigen Staatsfonds, die haben ja die Rente für ihre Bürger mehr oder weniger gesichert, weil eben das der Staat frühzeitig in Unternehmen investiert hat und sagt, dann ist für jeden Bürger hier auch später was noch da, wenn er alt ist und die Rentenkassen, ja, wir können sie nicht auffüllen. Wir brauchen den Kapitalmarkt und den Zinseszinseffekt dafür. Deutschland hat es bisher verschlafen. Es gibt Bestrebungen zur nächsten Bundestagswahl. In einigen Programmen ist es enthalten, in manchen nicht. Wir wollen auch nicht zu politisch werden, aber da geht es darum, 4000 Euro anzulegen und ich habe das mal im Stream bei Twitch einmal durchgerechnet. Das können wir gerne nachher auch mal zeigen, wenn du Interesse dran hast oder die Zuschauer, was da für Summen rauskommen und wie man dann weiterdenken kann mit dem Begriff des Entsparens, wenn man 65 ist oder 70 und das Geld abschöpfen möchte, bei einer ganz normalen Rendite, die man unterstellt aus den vorhergehenden 20 Jahren quasi in die Zukunft transponiert. Und vielleicht ist China da gar nicht so unclever und sagt, wir kaufen uns einfach nicht in Unternehmen ein, sondern wir sagen zu den Unternehmen, die haben gefälligsten Geschäftszweig abzugeben, ob das Bildungspolitik ist oder ob das so ein Portal ist wie YouTube oder ein Spieleportal. Also Tencent ist ja der Multimedia-Player, so ähnlich wie Facebook, Twitch, alle Twitter, alles zusammen in einem, wenn man das mal so zusammenfassen darf, was die für Geschäftszweige haben. Wenn man sich da ein, zwei Geschäftszweige wegnimmt, rein staatlich und die unter einer Aufsicht stellt und später vielleicht mit diesen Geschäftsfeldern dann auch einen Gewinn erwirtschaftet und das dann an das Volk zurückgibt. Das wäre doch auch eine coole Vision. Also so haben die meisten, denke ich, noch nicht gedacht drüber. Das ist, also wie gesagt, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht zu weitfächerig werden, aber ich gebe dir recht, das ist auch, das ist auch eine, ich muss dir auch klarerweise recht geben, die Ansichten oder es ist immer die Sache der, ja, ich sage mal, Denkweise und wenn du auch Deutschland ansprichst, wir werden hier sicherlich vor der Wahl da auch noch ein Stück weit was an Maßnahmen ergreifen müssen. Ich meine, unser Finanzminister, ich glaube, da sind wir alle hier in der Runde gleicher Meinung, ist da die beste Falschbesetzung, die man nur haben kann. In dem Sinne, ich meine, Norwegen als Führungsbeispiel oder andere, sage ich mal, Pensionskassen weltweit oder Rentenfonds machen es ja vor, aber ein Minister, der für Finanzen zuständig ist und das Sparbuch hochpreist, also tut mir leid, das ist ein, sage ich mal, ein Totalausfall, aber auf ganzer Linie und das ist eher schon beschämend, das muss ich mal ganz sagen. Ich will ja auch nicht die politischen Hut jetzt aufsetzen, aber das ist einfach nur desaströs am Ende des Tages. Das bleibt ja noch einen anderen Hintergrund, weißt du, wir reden alle über Inflation, weil wir von den wenigen Geld, was wir haben, Angst haben, dass zwei Prozent weggenommen werden, so und er hat vielleicht so viel Geld, dass ihn die Inflation gar nicht juckt und dass er sagt, komm, die nehme ich mit, kostet ja nüchst, ich kriege genug an Dividenden. Ne, Dividenden sind es ja nicht, es sind ja auch keine Renten, sondern es sind Diäten, wie man so schön sagt, aber ich will mir meine Diät hier nicht versauen lassen, ich muss mal ganz kurz hier rüber schwenken, denn die Position beginnt jetzt langsam zu laufen, wir haben uns rausgearbeitet aus der grünen Zone und wie ich orakelte, wäre mein Ziel, dass wir hier zu diesem Ursprungspunkt zurückkehren, das wäre ganz nett, da würde ich mich freuen und dann können wir hier auch einen Teil der Position schließen, den anderen vielleicht weiterlaufen lassen, ich kann das auch ins Bild dann später mal reinreichen, es ist ja immer einerseits ein Monitorproblem, ob man alles hier gut darstellt und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Thema, ob man hier die entsprechenden Positionen auch zeigen möchte, aber so ein kleines Stück weit kann ich es auf jeden Fall zeigen, jeder handelt ja hier mit seinem Konto, das wissen wir vorab und wenn man das hier mit dem Konto mal hier unten, sieht man es ja, da sind jetzt zwei Positionen drin, jeweils so 0,3, 0,4 und die eine ist jetzt so 60, 70 Euro und bloß die andere 40, 50, ich würde jetzt die eine Position, wenn wir hier in diese Richtung gehen, rausnehmen, also die größere mit denen, jetzt sind es 75 Euro, die nehme ich jetzt mit und für die andere setze ich den Stopp jetzt in den Gewinn rein, sodass ich da auf alle Fälle von den verbleibenden 50 Euro nochmal 20 sicher und damit ist vielleicht eine Dönerrunde für alle schon mal gesichert am Abend, das ist immer wichtig, auch für die Familie, die dann immer ganz hungrig zu mir rüber schaut am Monitor, was macht denn der Papa da? Sehr gut, ich habe meine Goldposition auch gedroppt im Sinne des nachgezogenen Stopps und Euro-US-Dollar ist auch noch mit halber Size drin, weil in der Tat diese kleine Reversal-Bewegung jetzt hier vielleicht schon das, sage ich mal, Ende gewesen sein kann, auch schöner Einstieg wieder von dir konträr in den Move rein, das ist ja auch sozusagen eine Fähigkeit von dir, die du immer wieder gern auch bei den Indizes gerade beweist, insofern wirklich spannend hier an der Stelle, wie man denn sozusagen auch den Markt eben auch im kurzfristigen Segment covern kann. Wichtig natürlich hier in erster Linie auch immer das Risiko sozusagen genau zu bemessen, um hier nicht in das, sage ich mal, buchstäbliche fallende Messer zu greifen, weil man muss natürlich auch wissen, ab wann es von der Trading-Idee her nicht mehr sinnvoll ist, diesen Trade aufrecht zu erhalten und da auch der Hinweis an alle Händler, sowohl kurz, mittel, auch langfristig, denkt in erster Linie über das Risiko nach und ihr habt gesehen, der Andreas hat sich da seine Marke gesetzt und ja, wenn der Markt dahin gefallen wäre, dann wäre es eben ein Mistrade gewesen, aber seine Einschätzung in dieses Reversal rein ist aufgegangen und jetzt hat er natürlich auch die Position entsprechend gut gemanagt, Teilverkauf gemacht, beziehungsweise eine Position raus, Stop in den Gewinn nachgezogen und ich sage immer dazu, das ist doch Traders Dream. Wenn du Positionen sozusagen entspannt laufen lassen kannst, natürlich in der ersten Linie musst du einen guten Entry finden, obgleich dann aber die Verwaltung des Trades natürlich dann auch genau im weiteren Sinne entscheidend ist, um eben an den Märkten auch dauerhaft erfolgreich zu sein. Das betrifft nicht nur hier das Intraday Trading, sondern sicherlich auch das Trading am Aktienmarkt oder auch unter Positionsgesichtspunkten. Ich kenne viele, die kaufen eben Aktien blind links, ohne sich über Risiko Gedanken zu machen und dann, ja, wenn die Aktie fällt, dann kaufe ich eben weiter nach. Ja, wir erinnern hier nur vorsichtig an Wirecard oder auch andere Pleite-Kandidaten. Das ist bei Aktien auch keine Seltenheit. Insofern gebe ich nochmal den Tipp und den Rat, liebe Leute. Haltet eins im Blick und das ist euer Risiko, denn das ist das Einzige, was ihr am Ende des Tages kontrollieren könnt. Und Andreas, wie gesagt, schön gemacht. Jetzt bist du auch wieder und das ist ein Unterschied zu meinen, sage ich mal, farbenfrohen Shards. Du bist hier mit der simplen, sage ich mal, Shard-Technik in der Bedienung nach dem Motto, du suchst dir im kurzfristigen Bereich wirkliche Trendbewegung, ich sage mal, wie wir malen, nach Zahlen, in Anführungszeichen simple Trendlinien schräger Natur und da leitest du dann entsprechende Zonen ab, A, Widerstandsunterstützungslevel, aber eben auch solche Trendzonen, wo du sozusagen Zielbereiche ermittelst, um dann auch Positionen zu drehen oder neu zu eröffnen beziehungsweise zu schließen. Genau, also es hat mal jemand böse formuliert, aber danach gesagt, das war pure Ironie, der sagte zu mir, weil eben dieses Metatrader-Webinar mit dem Markus Klebe so schnell gesprochen wird, da konnte ich nie folgen und deswegen kenne ich mich mit dem Metatrader nicht aus und man kann dann nichts Cooleres einstellen als eine Trendlinie, aber so ist es nicht, sondern ich habe auch jahrelang alle möglichen Indikatoren ausprobiert, habe das große Trading, neue Trading-Dimensionen-Buch von Florex studiert und kam am Ende für mich persönlich zu dem Entschluss, dass das Ganze hier auch nur eine Ableitung vom aktuellen Kurs ist und warum auf Ableitung schauen, also wieso soll ich zum Beispiel, wenn ich morgens aufstehe und will joggen gehen, auf irgendeine App schauen, wie das Wetter draußen ist, ob es regnet, wenn ich aus dem Fenster gucken kann. Ja, also dann sehe ich doch das Wetter und weiß, ob muss ich eine lange oder eine kurze Buchse anziehen und deswegen, ich habe allen Respekt davor, ob Rainbow oder wie alle Indikatoren heißen, wer damit super klarkommt, kann es gerne handeln. Für mich persönlich ist es einfach too much. Ich möchte den Kurs sehen, auch die Kursbewegung spüren und ich verlasse mich da einen Großteil natürlich auch auf meine Erfahrung und das kommt ja nicht von ungefähr, wenn man 25 Jahre am Markt Daytrading betreibt, dann hat man die Situation, die es gibt, alle schon mal irgendwie in irgendeiner Art miterlebt und ganz, ganz toll fand ich übrigens die Woche bei Twitch, hat einer mich gefragt, wie oft ich am Tag meditiere. Da sage ich gar nicht, wie kommst du darauf, weil du so eine ruhige Art hast, auch wenn du mehrere Positionen fährst. Aber das nehme ich mal als Kompliment hin. Man kann auch ruhig bleiben, wenn man die Positionsgröße und natürlich das Setup im Begriff hat, insofern man einschätzen kann, was man verlieren mag oder möchte oder kann. Jetzt waren wir fast hier oben an dem Ausbruchsniveau. Ich war schon am Zucken, ob ich das Ganze dort glattstelle. Ich ziehe ja den Stock noch mal weiter nach und bin auch gewillt, wenn wir hier an die Linie ranlaufen, an die Trendlinie, was ja dem Abbruchniveau von 1959 entspricht, also nicht dem Jahr, sondern der Uhrzeit heute, kurz vor 20 Uhr. Dann würde ich rausgehen. Im besten Fall, im schlechtesten Fall, würde ich mich unter dem letzten Verlaufstief hier ausstoppen lassen und dann ist auch nicht viel passiert mit der Position. Und so hangele ich mich eigentlich den ganzen Tag durch die Märkte von frühs, von der Marktbesprechung, von der Vorbörse über den Live-Trading-Room, wo auch oft der Markus Klebe dabei ist, bis in den Nachmittagshandel hinein und abends dann auch durch solche Events. Also das ist nichts, wo ich mich ständig neu erfinden muss oder so, sondern einfach, wo ich diszipliniert genau auf solche Situation achte und versuche dann eben entsprechende Marken abzuleiten, um die zu handeln. Und der Dow Jones, der wäre für mich dann wieder spannend, wenn wir über diese 35.000 zurückkommen. Ja, jetzt versucht das wieder. Also die Erholung geht zusammen mit dem Euro-S-Dollar vonstatten. Jetzt sind wir im Euro-S-Dollar auch fast oben angelaufen. Da stelle ich das erst mal klatt. Dann können wir ein bisschen lockerflockig auch über ein paar Aktien sprechen und dann schauen, was die Notenbank-Pressekonferenz mit sich bringt. Jerome Paul ist ja noch jemand, der wirklich seine Notizen vor sich liegen hat. Christine Lagarde, wie man feststellen konnte bei der FED-Sitzung, hat ja von einem Prompte abgelesen. Die hat immer so ein bisschen schräg zur Seite geguckt und das hat sich auch gespiegelt in der Brille. Also das hat mich schon ein bisschen, also bei der Position würde ich dann doch frei reden oder ablesen präferieren und nicht einen Prompte. Aber gut, vielleicht hat sie ein bisschen Lampenfieber. Kann ja sein, sie wollte ja die neue Strategie der EZB vorstellen und so ganz neu war die Strategie nicht. Eigentlich schleusend bleiben auf. Ich glaube, bei der FED wird es auch nicht viel anders laufen, aber es kommt einfach sympathischer rüber von Jerome Paul. Für meine Augen zumindest. Der ein oder andere hat sich ja vielleicht auch in Christine Lagarde schon verliebt. Dem will ich nicht zu nahe treten. Jeden nach seinem Gusto, wie man so schön sagt. Das ist natürlich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, wo du sagst, da muss man natürlich nach eigenem Gusto vorgehen. Sei es in dem Trading-Ansatz, aber sei es auch natürlich in der weiteren Verwaltung, sage ich mal, von den Trades selber. Da hat eben jeder sein Gusto und natürlich auch die Notenbänke, mehr oder weniger, männlich oder weiblich, da ihren Charme. Aber natürlich vom Prompte ablesen ist das schon eher ein Armutszeugnis. Aber am Ende des Tages, die Notenbanken blasen ja so ein Stück weit ins Rohr. Neuseeland hat es vorgemacht, auch jetzt erst im Juli, eben mit dem Tapering, mit dem Reduzieren der Liquiditätsmaßnahmen. Und es ist in Arbeit, dass da sozusagen auch Liquidität oder auch die Liquidität aus dem Markt genommen wird. Nur glaube ich auch genau daran, wie die EZB da auch rausbläst, dass es eher ein, ja, wir können schon von Long-Term sprechen, bevor sowas stattfindet, weil wir gegenwärtig in so vielen unsicheren Situationen sind, von der globalen Weltwirtschaft jetzt mal auch duelliert mit der Pandemie, die ja jetzt auch schon wieder, sage ich mal, gerade im Sommerverlauf irrtümlicherweise ja dann doch jetzt schon wieder Wellen schlägt und man ja nur mutmaßen kann, was dann im Herbst-Winter wieder passieren könnte, wenn es so weitergeht. Euro-Dollar jetzt hier mit dem Ausbruch. Ja, 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 bam, das war's. Gut, ganz weinartig. Das ist nur, also da muss man wirklich sehen, was da noch kommt. Und die Wirtschaft hat ja in den letzten, oder auch die Wirtschaftszahlen haben da natürlich auch immer wieder in das eine oder andere Rohr geblasen, wo Unsicherheit natürlich auch ein Grund war, warum die Märkte so ein Stück weit ins Stocken geraten sind und längst Position, denke ich mal, nice geschlossen. Andreas, ich finde es ja wirklich spannend, dass du heute tatsächlich mal die Währungsmärkte auch hier oder viel mehr Euro-Dollar als Major-Pair ja sozusagen im Fokus hast. Auch hier schön entsprechend dich dem Marktbewegungen entlang gehangelt hast. Ich würde fast meinen, wenn jetzt nicht die PK entstehen würde, würdest du sogar fast schon liebäugeln, hier wieder short zu gehen. Am Ende des Tages haben wir jetzt noch gute neun Minuten und dann, denke ich mal, dürfte in den nachfolgenden 15, 20 Minuten bis 20, 45 sicherlich die Volatilität hoch gehen, um dann sozusagen, ja, den ein oder anderen Abendentscheid herbeizuführen. Ich will hoffen, wir können hier am Ende des Tages den Aktien frönen, die du hier und da vielleicht mitgebracht hast. Wir wollen mal abwarten, was passiert. Über die Notenbanken haben wir uns, wie gesagt, jetzt weit genug ausgelassen, sage ich jetzt mal. Wir werden sehen, was die PK mit sich bringt. Grundsätzlich war es im Juni hochgradig spannend, jetzt im Juli ja wohl kaum eine Veränderung zu erwarten. Es sei denn, es kommt jetzt wirklich irgendwie die Bombe. Das werden wir einerseits auch an den Charts ablesen können. Und da ist natürlich immer wieder die Frage, Huhn oder Ei, was war zuerst? Sind es die Nachrichten oder auch entsprechend hier die entsprechenden Kursbewegungen, die hier alles beeinflussen? Wir als Chart-Techniker sind uns, glaube ich, da sehr einig, lieber Andreas, dass das, was wir hier sehen, die Price Action, dass die Angebot und Nachfrage, die Massenpsychologie am Ende das ist, was natürlich auch die Märkte bestimmt. Und News werden dann im Nachhinein eigentlich immer gern so interpretiert, dass es zu den Kursbewegungen passt. Das stimmt. Also da ist immer die Frage, machen die Kurse die Nachrichten oder geben die Nachrichten den Kurs in Bedeutung? Gutes Beispiel ist natürlich immer, was ich auch gerne in Seminaren oder Webinaren mit anführe, wenn man sagt, ja, Volkswagen oder BMW muss schon wieder 5000 Mitarbeiter entlassen. Ist das gut für die Aktie? Steigt die Aktie ja oder nein? Und wenn man dann um Handzeichen bittet, dann ist es relativ ausgeglichen. Manche sagen, ja, das ist gut für die Aktie. Na klar, weil das Unternehmen Kosten einspart. Weniger Personalkosten ist immer gut für die Aktie, für das Unternehmen. Also muss die Aktie steigen? Und die anderen sagen, nein, 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 nein. Das ist ganz schlecht, weil wenn Leute entlassen werden müssen, dann geht es dem Unternehmen ja nicht gut. Also auf das Unternehmen setze ich nicht. Die Aktie wird sinken. Und so gibt es halt beide Lager. Und was sich am Ende durchsetzt, das hat auch viel mit dem Marktumfeld zu tun. Da kann sich so eine Einzelaktie auch schwer loskoppeln. Wir haben ja heute zum Beispiel auch sehr, sehr positive Zahlen gesehen von Deutsche Bank oder von BASF. Die Quartalzahlen, die waren alle super Prognosen angehoben bei der Deutschen Bank. Das vierte Quartal in Folge, sogar im Gewinn. Da hat man vor einem Jahr gar nicht dran gedacht. Und trotzdem sind die Aktien Minus gewesen. Oder die US-Techs am Montag das erste Mal bei Tesla über eine Milliarde Gewinn gemeldet. Und trotzdem ist die Aktie am Dienstag, dem Handelstag nach den Quartalzahlen, erst einmal nach unten gegangen. Also da muss man um die Ecke denken und manchmal einfach gar nicht denken, sondern das machen, was der Markt anzeigt. Da fährt man im Endeffekt wahrscheinlich besser mit, zumindest im kurzfristigen Handel, wenn man dem Marktmomentum folgt. Der Action, dem Momentum, der was auch immer es für Begriffe dafür gibt und vielleicht mittelfristig sich in den eigenen Kopf macht, was sich da durchsetzt. Und das kann man auch machen. Aber kurzfristig fahre ich eher mit ganz gut, dass man sich an der Meinung des Marktes und damit auch an Chartmarken, die es schon im Handelsverlauf gab, orientiert. Und da sahen wir im Dow Jones, wenn ich den mal ein bisschen aufspanne und zusammenfalte, da sahen wir ja sehr, sehr gut, dass dieses ursprüngliche Allzeithoch bei 35.086 hier extrem erstmal abverkauft wurde. Das war der Abverkauf letzte Woche Montag, wo es ja nach unten ging, über 1000 Punkte. Und wir sind eindeutig nochmal zurückgekommen, haben aber das nächste Hoch nur so ein paar Punkte so fast schon lustlos drüber markiert. Also ob es da nun 60 Punkte nach oben drüber schwappt. Das gilt für den großen Tagesschart gar nicht mehr als Bruch, das ist dann wirklich kaum zu sehen, wenn man dann den Tagesschart nimmt. Also deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass im großen Zeitrahmen hier vielleicht ein Doppeltop-Einzug hält. Das ist aber noch gar nicht bestätigt. Dazu müsste es erstmal unter die tiefste vergangenen Tage fallen. Deswegen wollte ich es nur als Randnotiz hier mitgeben und ich swipe mich immer von den großen Einheiten in die kleinen. Und dann sieht man hier dieser neue Ausbruch auf der Oberseite nochmal. Ein neues Hoch, also kein Allzeithoch, sondern dieses Hoch hier nochmal genommen. Und dann ging es erstmal abwärts. Das heißt, hier könnte der Dow Jones, wenn diese Tiefs hier im Stundenschart rausgenommen werden, um die 880, da geht es nochmal richtig zur Sache. Und dann denke ich, dann fallen wir auch sehr, sehr schnell nochmal an diese ehemalige Gap-Kante, die 660. Und wenn das durchbrochen wird, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir nochmal hier ordentlich auf Tauchstation gehen und von da ab nochmal 800, 900 Punkte fallen. Aber so weit ist es nicht. Und deswegen spekuliere ich da auch nicht drauf, sondern erst, wenn wir in so eine Region eintauchen. So ähnlich wie mit dem Gap-Trading funktioniert das auch dann bei Trendhandel, wenn bestimmte Schwellen gerissen werden. Dann sollte man aktiv werden aus meiner Sicht und nicht vorher darauf spekulieren, dass genau das passiert. Das ist jedenfalls mein Gusto, mit dem ich hier ganz gut zurechtkomme. Wir haben noch vier Minuten bis zur Pressekonferenz. Ich gehe immer noch davon aus, dass wir nochmal hier über die 35.000 kommen. Im EURUS-Dollar ist nichts weiter passiert. Wir sind zurückgelaufen an diese Schwelle und ich habe den EURUS-Dollar auch nur gehandelt. Ich handel den auch manchmal, aber nicht so oft wie die Indizes, weil du das letzte Mal schon gesagt hast, ah, wäre doch schön, wenn du auch mal Forex und so machst. Und ja, im letzten Ende ist ja im Chart alles ähnlich anzusehen. Also du würdest nicht erkennen, wenn ich das hier oben zuhalte, ob das jetzt Orangensaft ist, Rinderhälften, EURUS-Dollar oder die Amazon-Aktie, weil sich alles natürlich nach so einer Art Zyklus verhält oder nach Angebot, nach Frage, um es mal ganz weit runter zu brechen im Preis und die Marktteilnehmer ähnliche Abläufe immer wieder unterstellen. Und genau das wird ja nur abgebildet im Chart. Wir analysieren das Ganze und versuchen hier an der einen oder anderen Stelle einen Einstieg zu finden. Und wenn es den nicht gibt, dann werde ich auch nicht aktiv. Und im EURUS-Dollar gab es den, deswegen da aktiv geworden. Im Dow Jones gibt es den noch nicht. Ist genau so ein luftleerer Raum zwischen dieser Marke und hier eine Unterstützungszone um die 850. Die kann man noch ein bisschen ausdehnen auf die Tiefs aus den letzten beiden Tagen, dass wir hier die 880 vielleicht nochmal einen Augenschein nehmen. Aber genau hier bei 960, da muss man nicht in den Markt reinspringen. Und dann halte ich mich auch dezent zurück. Da will ich gleich ergänzen. Ich muss aber zugeben, danke für die Blumen in Sachen Forex. Multi-Asset ist wichtig. Schaut da gerne eben auf die interessantesten Chartmuster. Aber ich will ehrlich sagen, du hättest bei der 880 sicherlich auch den Dow Jones versucht einzusammeln und wärst im Prinzip genau in derselben Lage gewesen wie jetzt beim Euro-Dollar, weil du im Prinzip die untere Range wahrscheinlich long hättest spielen können, sollen, wollen. Du hättest aber den Fokus auf den Euro, der dir natürlich da jetzt auch, sag ich mal, den Wein eingeschenkt hat, den du wolltest. Grundsätzlich aber das Setup hier beim Dow Jones auch wahrscheinlich ähnlich ableitbar gewesen, weil er die letzten Tiefs eben so ein Stück weit, wie du schon gerade sagtest, angetestet hat. Und genau das ist ja für dich als Contra-Trender immer so ein Stück weit der Einstiegsgrund, dann da ein Stück weit aufzuspringen. Also die untere Range hättest du, wenn du wahrscheinlich nicht auf den Euro-Dollar schaut, hättest beim Dow Jones wohl mitgenommen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute es. Tatsache ist aber natürlich, was du auch richtig sagst, Charts sind für uns da das A und O. Und das Nächste ist ja ganz spannend an der Geschichte, wenn wir noch die Timeliste rausnehmen würden. Also wenn wir praktisch den Chart nicht nur vom Underline her blanken, sondern auch von der Preis- und Zeitachse, dann wüsste auch kein Mensch, ist das in fünf Minuten-Chart oder ist das in Wochen-Chart? Ja, weil grundsätzlich die Muster tatsächlich ähnlich sind. Und das ist ja das Phänomenale, dass wir eben hier wirklich auch interessante Chancen entdecken können. Und das kann uns auch keine Bilanz verraten, schon mal gar nicht Bilanzen aus der Vergangenheit. Denn das, was dann sozusagen an zukünftigen Quartals dann sozusagen rausgeworfen wird, das ist ja dann wirklich auch ja ferner liefen, wird eben, man kann sich ja die Analystenmeinungen anschauen, rechts und links, entweder überboten oder eben, sage ich mal, unterschritten beziehungsweise nicht erreicht. Und jetzt zum Beispiel im Alphabet war es ja so, da haben sich die Zahlen sozusagen ja fast nach oben aufgelöst in purer Harmonie, bei weitem alle Erwartungen übertroffen. Und das ist natürlich was, wenn wir uns dann auch Alphabet mal als Chart anschauen, sicherlich ganz spannend zu sehen sein wird, beziehungsweise aber auch deutsche Aktien. So würde ich hier auch gerne mal in die Runde rufen. Jetzt haben wir eine Minute die PK, da werden wir mal sehen, ob ein Stück weit wieder Schwankungen reinkommt. Wenn ihr Interesse habt, liebe Leute, dann könnt ihr auch gerne ein Stück weit interaktiv hier im Chat werden und auch gerne die ein oder andere Wunschaktie hier sozusagen in den Loop werfen. Peter schreibt gerade an, die FED deutet Tapering an. Hat die Pressekonferenz schon begonnen? Nee, das kam zwischen den Zeilen, aber die Pressekonferenz fängt jetzt erst an, aber das Tapering kam zwischenzeitlich über die Ticker. Und ja, da gibt es jetzt auch weitere Nachrichten über Bloomberg mit den Infrastruktur-Deal. Der ist ja auch noch nicht ganz eingetütet. Zehn republikanische Senatoren werden dafür stimmen, wurde hier gesagt, und zu den Tapering oder zu den Standing Repo Facilities. Da möchte die New York FED auch noch für ausländische Zentralbanken was installieren. Also die bleiben weiter dabei, dass Geld genug vorhanden ist bei dem Standing. Ich habe hier im Hintergrund schon mal die Alphabet-Aktie aufgerufen. Und je nachdem, ob man jetzt den anlegt oder ob was noch weiter zieht. Also es ist auch charttechnisch sehr, sehr fein zu handeln. Ab Anfang Januar. Das ist ein Aufwärtstrend. Ja, also ganz oft berührt. Jetzt sind wir ein Stück weggelaufen, auch noch mit einem Gap. Hier unten gibt es noch ein zweites kleines Gap in der Aktie. Also durchaus auch mal einen Konsolidierungsbedarf, den man hier hat. Man sieht ja in der Vergangenheit zu Zahlen. Das war zum Beispiel hier Ende April, wo die Zahlen kamen auch mit einem Gap. Und dann wurde das Ganze einmal komplett abverkauft. Nochmal hoch. Kein neues hoch. Rund auf die Trendlinie. Und dann geht die Reise weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Ganze hier auch nochmal ein Stück weit zurückkommt. Das muss kein Sell-on-News sein, sondern einfach nur Investoren, die sagen, jetzt habe ich so viel verdient mit der Alphabet. Ich gehe mal raus und ich parke mein Geld woanders, weil eben die saisonalen Monate August und September doch schon eher nach unten zeigen. Zumindest statistisch. Das muss nicht die Blaupause sein für dieses Jahr. Aber man weiß, dass das ruckelige Monate werden. Und man weiß mittlerweile auch, dass die großen Finanzhäuser und Vermögensverwalter und auch Pensionskassen nicht mehr ihr Geld nur in Staatsanleihen parken und auch nicht im Goldpreis, sondern dass die mittlerweile aufgrund der Größe und Liquidität in den einzelnen Aktien sagen, da kann ich auch mal ganz locker mit ein paar Millionen Intraday reingehen. In der Alphabet auf zwei, drei Tranchen aufgespielt. Die Order und kommen auch am nächsten Tag wieder raus, ohne ein blaues Auge zu bekommen. Denn wenn so eine Aktienmarktkapitalisierung, Microsoft ist es bei zwei Billionen. Apple war schon bei zwei Billionen zuvor. Also die Unternehmen sind so groß und da gehen so viele Aktien um jeden Tag, wenn man sich das Handelsvolumen anschaut. Da kommt man locker, locker rein. Also heute wurden ja hier bei Alphabet vom Volumen her schon 3,5 Milliarden gehandelt. Also das ist schon irre, was hier umgeht. Und deswegen denke ich, da lassen auch mal ein paar ein bisschen Luft ab vielleicht. Und wenn wir wieder in Richtung so einer Trendlinie kommen, dann macht es auch Sinn, hier zu sagen, ich finde die Quartalszahlen toll. Ich habe nicht am Tag gleich danach gekauft. Das war mir zu heikel, sondern ich habe erst mal eine Konsolidierung abgewartet und steige dann ein. Ähnliches sieht man ja hier bei Apple. Apple, da waren die Zahlen ähnlich fulminant toll. Also nicht nur die iPhone-Verkäufe, selbst in China waren bombastisch gut, sondern die ganze Riga, also die Cloud-Dienste, die anderen Dienste, Musik-Streaming-Dienst, Apple Music war super. Die Uhren verkaufen sich wie geschnittenes Brot. Die iMacs mit den eigenen Chip verkaufen sich top. Und auch diese kleinen Sensoren, die man überall hinkleben kann, die geordnet werden können. Das ist alles super. Und trotzdem hat die Aktie heute mit einem Minus drauf reagiert. Wir sehen hier vielleicht so ganz kleines Doppeltop, aber das ist der 4-Stunden-Chart. Das würde ich nicht überbewerten. Und gestern sprach ich mit Markus Klebe drüber und da sagte ich zu ihm, die Zahlen wären top, meines Erachtens, aber die Aktie korrigiert erst mal ein bisschen wieder auf die alten Hochs. Das ist Chart-Technik. Und genau hier auf die Januar-Hochs sind wir jetzt noch mal korrigiert. Und jetzt stellt sich die Frage, durchwandern wir in einer tieferen Korrektur diese gesamte Hochzone vielleicht auch zurück zur Trendlinie oder geht es von hier ab gleich weiter? Es gibt ja Aktien, die überhaupt keine Korrektur zeigen. Also so eine Microsoft zum Beispiel oder eine Nvidia war in vielen Teilen ohne große Korrektur. Wenn ich mir die Nvidia aufrufe, auch da brauche ich nicht mal eine Trendlinie einzeichnen. Die ist auch nur nach oben gerichtet und jede Korrektur wird quasi gekauft. Und die Microsoft, weil ich sie eben erwähnte, auch hier weit von der Trendlinie schon weg. Also als Investor würde ich jetzt hier nicht einsteigen an den Punkt. Als Ring-Trader würde ich auch erst mal abwarten, ob wir hier ein bisschen Schwäche reinkriegen. Und wenn das nicht passiert, ja, dann lasse ich die Aktie ziehen. Also es gibt auch noch andere Aktien, die spannend sind. Man muss ja hier nicht unbedingt auf die großen Flaggschiffe unbedingt einsteigen, sofort oder drauf gehen, sondern es gibt auch kleinere Werte. Du hast vorhin die asiatischen Märkte angesprochen, die sich ja auch wieder gut erholt haben. Der Hang Seng mit einer Bodenbildungsphase an der charttechnisch wichtigen Marke vom letzten Jahr November. Heute Nacht wieder nach oben gegangen und das zieht natürlich auch viele asiatischen Märkte oder Aktien mit. Also eine Show-Me war heute über 7% im Plus, eine BYD über 10%. Also wenn man sowas mal dann erwischt und so eine Gegenbewegung handelt, da ist auch Musik drin. Aber ich wollte jetzt hier nicht zu weit in das Aktienuniversum abschweifen, sondern die News auch mitverfolgen. Es geht nämlich immer noch um dieses Infrastrukturgesetz. Und da möchten die demokratische US-Senatorin Sinema, die wird laut eigener Aussage kein Gesetz unterstützen, weil es ihr eben zu teuer ist. Also die Demokraten am Anfang immer gesagt, ja, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Und jetzt haben sie sozusagen die Hand drauf, was das Ganze kostet. Es soll nämlich 3,5 Billionen Dollar kosten. Das ist ein Riesenpaket und dieses Riesenpaket wirkt sich dann auch auf bestimmte Branchen aus. Die können wir auch gleich nachher nochmal ansprechen, was man bei so einem Infrastrukturpaket an Branchen vielleicht im Depot haben sollte. Aber wir schauen zuvor auf die kurzfristigen Bewegungen am Aktienmarkt beim Dow Jones. Also da ist noch nicht viel passiert. Beim Nasdaq passiert ein bisschen mehr. Aktuell sind wir nicht bis zu 35.000 gekommen. Bei der 80 hat es schon wieder gedreht. Der Nasdaq war über der 15.000, dreht jetzt auch aktuell wieder ein bisschen nach unten. Hier oben liegen übrigens die Allzeithochs. Also das ist nicht irgendwie nur so ein drei Tage hoch, sondern das ist tatsächlich das Allzeithoch. Und ich habe hier an der 15.000 nicht, weil es eine runde Marke ist, eine Linie, sondern weil wir hier als ehemaliges Allzeithoch schon zweimal dran waren. Und deswegen ist die Marke für mich interessant. Ansonsten Trendlinien gibt es da gar nicht so viele, die man einzeichnen könnte. Man kann hier von dem Allzeithoch-Tag so einen kleinen Abriss, Abwärtstrendkanal oder Abwärtstrend erst einmal als Linie einzeichnen. Wenn wir darüber kommen, denke ich, laufen wir auch wieder zu den Allzeithochs. Brechen sie vermutlich auch, weil das der Markt immer getan hat und in Euro-S-Dollar da hier auch gerade nachgefragt wird bei Twitch. Was ist denn daraus geworden? Bist du gut rausgekommen? Bereust du den Ausstieg? Nein, bereue ich nicht. Es ist gar nicht viel passiert. Es sind ein paar Punkte noch drüber geschossen. Jetzt geht wieder die andere Richtung los. Und ja, jetzt testet er hier im Ein-Minuten-Chart. Das ist ganz kurzfristig eingezeichnet gewesen, diese Aufwärtstrendlinie. Vielleicht sacken wir doch noch runter. Vielleicht gibt es auch ein neues Tagestief oder Tageshoch. Je nachdem, was Jerome Paul sagt. Ich lasse es live nicht mitlaufen. Ich habe es live auch. Was erzählt er denn? Übersetzt man. Das ist mir zu müßig, muss ich sagen. Das ist auch Politik im weitesten Sinne. Da orientiere ich mich tatsächlich lieber an den Charts. Das ist viel blauer Dunst. Am Ende des Tages geht es natürlich auch immer um die Interpretation. Und da interessiert mich auch, wie die Märkte reagieren und was da sozusagen Mr. A oder B da sagt. Das ist mir eigentlich temporär. Ist aber meine subjektive Meinung. Ich habe nichtsdestotrotz den YouTube-Livestream von der FED auch noch mal in den Chat gestellt, wo jeder dann praktisch live lauschen kann, wenn er den mag, wie das letzte Mal auch. Und da kann man das sozusagen mitverfolgen. Und wie gesagt, es ist eben auch immer eine Interpretation, wie jetzt eben auch hier reinkam, gerade eben dann von der Citigroup, die dann sozusagen interpretieren, dass die Verbreitung von Covid in den USA aufgrund der Impfung sozusagen verringert wurde. Positives Zeichen. Das sind natürlich aber alles Fähnchen im Wind. Das kann genauso schnell drehen. Brauchen wir alle hier im Herbst eine dritte, vierte Impfung. Sind die Impfstoffe gut genug? Gibt es hier neben Delta noch eine Epsilon-Variante? Wir wissen es alle nicht. Am Ende des Tages ist das ein Thema, das wird uns weiter beschäftigen. Und natürlich wird auch hier und da auch der Drop der Beruhigungspille verabreicht nach dem Motto, ist ja alles halb so schlimm. Wohlwissentlich, dass wir natürlich hier in Liquiditätsflutungen stehen wie noch nie in unserer globalen Finanzmarktgeschichte. Wenn man sich die FED-Bilanzen anschaut oder vielmehr die FED-Bilanz selbst, ist es der Wahnsinn. Und wenn wir über so ein Hilfspaket von 3,5 Billionen Dollar sprechen, wie gesagt, das hat ja Apple in Anführungszeichen inklusive Microsoft alleine schon, um komplett so ein Hilfspaket zu stemmen an Marktkapitalisierung. Und das sind nur zwei große Unternehmen der USA. Stell dir vor, die USA kommen auf die Idee, das zu verstaatlichen. Dann hätten sie die Kohle mal eben inne. Über sowas will man gar nicht nachdenken. Aber es sind eben alles Maßnahmen. Die Zukunft wird spannend bleiben und die Aktienmärkte werden uns da begleiten. Und vorhin auch, wie du sagst, die großen Trends. Man nennt es ja auch unter der Trading-Sprache die Runaway Gaps. Wenn so eine Aktie nach oben eskaliert, also sozusagen ein Gap nach dem anderen macht. Und in der Tat ist da früher oder später eine Erschöpfung zu erwarten. Das ist natürlich keine endlose Geschichte. Aber solche Runaway Gaps neigen natürlich dazu, immer wieder auch fortgesetzt zu werden. Also im Prinzip jeder rennt nach, wie sagt man hier, das FOMO-Prinzip. Du bist praktisch wirklich in der Panik, etwas zu verpassen. Und das zeigen solche Runaway Gaps in der Tat. Und man muss jetzt mal abwarten, wie weit das noch geht. Wie du auch richtig sagst, das ist ganz interessant zu wissen. Die Indizes ja über die Sommerflaute. Wir wissen alle, der Oktober, der Oktober-Crash, der sitzt hier noch tief. Aber generell in der Tat von Anfang August bis Mitte Oktober saisonal ganz, ganz klar die Fahrkarte in Richtung durchaus fallender Märkte. Das hat in den letzten Jahren zwar nicht so hingehauen, weil wir in dem bullischsten Mark ever stecken. Seit 2009, nach der Finanzmarktkrise haben wir im Prinzip eine durchlaufende Hoss. Da gab es jetzt im Winter, im Winter sag ich schon, im Sommer nie die riesen Korrekturen. Denn saisonal ist es tatsächlich so, dass wir jetzt hier eher so in die Richtung reinlaufen, dass jetzt eher schwächere Phasen kommen. Und man muss mal sehen, wie die Politik natürlich jetzt dann eben auch gerade das Thema Corona widerspielt, wenn wir dann Richtung Herbst gehen. Das wird uns sicherlich alle beeinflussen, beziehungsweise vielmehr auch noch die Märkte dann auch in Schach halten. Aber generell ist tatsächlich gut und richtig, was du gesagt hast, dass jetzt gerade in den Handelszeiten August, September die Märkte doch zur Schwäche neigen, um dann im Oktober rein saisonal wirklich so einen Boden zu finden. Und dann, wer kennt es nicht, die Jahresendrallye einzuleiten. Wobei hier genau 2018 auch der schwächste Dezember-Handelsmonat der Geschichte ever stattfand, wo es die großen, das war auch wieder China hat da gewunken, wo es die großen Crashs gab sozusagen im Dezemberverlauf und auch der S&P und andere Märkte weltweit einklappten. Und das in der Tat entgegen der Annahme, dass wir eine Jahresendrallye haben und Window Tracing sozusagen der Dezember der schlechteste Handelsmonat ever in dem Fall war. Aber das sind natürlich Ausnahmen. Und das ist auch genauso beim Trading oder auch beim Spekulieren. Wir haben natürlich hier nicht die Glaskugel und wissen, wohin es geht. Wir arbeiten hier ganz sauber an den Chartmarken, beziehungsweise passen uns, ich will immer fast sagen, wie der Fisch im Wasser auch der ein oder anderen Strömung an, um natürlich mit dem Markt zu gehen. Und der Dow Jones ist mitten in der Range. Das kann man wohl unverblümt sagen, ohne hier auch groß jetzt den Charttechniker raushängen lassen zu wollen. Das erkennt ja wohl jeder. Und deswegen, Charttechnik muss nicht immer kompliziert sein, liebe Marktteilnehmer. Das stimmt. Ich versuche es auch immer, keep it simple and stupid zu machen. Jetzt ist der Dow Jones schon fast an der 35.000. Das wäre jetzt ein spannender Zielbereich. Der Euro ist übrigens ausgebrochen. Ich hoffe, deine Position ist. Guck dir das mal an hier. Ich bin raus. Ich bin alles flat. Ich habe kleine Gewinne mit frühstückt, sage ich mal, und bin zufrieden, einen kleinen Short sozusagen mitgenommen zu haben. Und ich muss sagen, mich ärgert es fast, dass ich die 1.750 nicht zum Einstieg genommen habe, weil im Radar und auch beim Devisenradar-Webinar heute Mittag sprach ich schon, wenn wir die sehen würden, wäre das für mich der perfekte Rücksetzer. Aber manchmal ist es eben auch so, man schaut dann hinterher. Da muss man dann einfach mal abwarten, wann sich wieder eine Möglichkeit ergibt. Ich hätte gerne die 1.750 gesehen, genau den von dir auch eingezeichneten Preisbereich, weil genau da hätte ich meine Longs am liebsten geschlossen und wäre gerne auf Long geswitcht. Aber wir sehen, ja, der Zug nimmt jetzt Fahrt auf und ja, wir sehen auch, dass der Dollar da entsprechend eben aufgrund dieser Statements der Fed dann eben doch nicht den Auftrieb erhält, den wir hätten jetzt vielleicht erwarten können. Und insofern das wirkt schon sehr bullisch und konstruktiv aktuell. Ja, also ich glaube, dass das der Liquidität geschuldet ist, weil wenn der Euro-US-Dollar steigt, dann auch Gold jetzt ein Stück weit wieder über die 1.800 zurückkommen, wenn Nasdaq steigt. Nasdaq hat ja jetzt hier einen guten Move in den letzten Minuten hingelegt, ist fast an der Trendlinie dran und der Dow Jones ist über der runden Marke. Also dann wird es wohl die Liquidität sein, die alle Märkte wieder flutet. Da brauche ich nicht die PK hier richtig mitzulesen, werden, wobei ich immer denke, ob die Fed so einen Weitblick hat, Fragezeichen. Oftmals verschließt sie ja auch die Augen und er sagt ja zum Beispiel, Jerome Paul, er reflektiert die Arbeitslosenrate von 5,9 Prozent nicht mit dem wahren Zustand des Arbeitsmarktes. Also er sagt, übersetzt mal ganz salopp, ich glaube der Statistik nicht. Also ich meine, die Regierung macht ja die Statistik und wenn dann der Notenbankchef sagt, nee, glaube ich nicht, das ist eine andere Zahl, die sind ja verrutscht im Komma, warte, das ist vielleicht eine 3,9 gewesen. Also das finde ich halt ein bisschen rein schnotterisch, habe ich das jetzt einfach mal dargeboten. Da lachen ja die Hühner. Ich finde es einfach dann albern und genauso mit der Inflation, wenn gesagt wird, diese zwei Prozent Inflationsrate, die man hat. Also es rührt mich ja sogar zu drehen, wie man hier im Hintergrund hören kann. Da gucken sie gar nicht mehr auf die Inflation. 2,2 Prozent, 2,3 Prozent hatten sie ja neulich Inflation in den USA und das lucht alles nicht. Da frage ich mich wirklich auf, was schaut denn die PET dann, wenn sie nicht auf Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten schaut? Schauen die nur auf Wetterindikatoren oder die Covid-19-Zahlen? Also irgendwo müssen sie sich ja orientieren und zwar an handfesten Daten, die erhoben werden, oder? Also das ist schon auch mit der Politik Polemik an der Stelle. Ich lache mich tot. Das ist ein Armutszeugnis. Ich meine, aber wir wissen auch alle um die Tatsache, ohne jetzt wieder zu viel abdriften zu wollen, aber wie die Arbeitsmarktdaten in den USA erhoben werden, ja, da lässt ja auch, sage ich mal, jegliche Repräsentativität auch zu wünschen übrig. Dennoch orientiert sich die PET an solchen Zahlen und das kann man natürlich auch auf andere statistische Zahlen, die uns ja tagtäglich um die Ohren fliegen, ableiten. Summa summarum ist es einfach tatsächlich ein Stück weit ein Armutszeugnis, wenn so ein Statement, sage ich mal, von den Obrigen kommt. Aber das zeigt hier und da meines Erachtens auch nur die pure Unsicherheit. Und wir sind derzeit eben auch in der Marktphase, die seinesgleichen sucht. Also dahingehend, man darf mal abwarten, wie die Situation jetzt tatsächlich weiter läuft. Wir haben jetzt 2045. Der Euro hat seine komplette Tagesrange ausgeschöpft, ja, so heute mal, man höre und staune, doch mal 65 Pips zurückgelegt. Wir sind hier statistisch im History Raw seit 20 Jahren beim Euro-Dollar eigentlich mit mehr als dem, ja, sagen wir mal, im Schnitt Doppelten unterwegs, also über 110 Pips darf der Euro-Dollar sich bewegen. Aktuell 65 heute bei einem Notenbank-Event und der 10-Tagesschnitt sind auch nur 50 Pips. Also was wir feststellen, ist halt tatsächlich auch ein Stück weit ein Rückgang der Volatilität rein auf den Devisenmarkt bezogen und auch auf die Indexmärkte. Das spiegelt sich aber auch mit neuen Höchstständen an den Indexmärkten wieder. Die Volatilität nimmt natürlich dann extrem wieder zu, wenn die Märkte mal crashen oder sozusagen in einen Korrekturmodus übergehen, weil, wie sagt man so schön, man geht die Treppe rauf, wie der Aktienmarkt und wenn es dann nach unten geht, fällt man aus dem Fenster. Das heißt, die Korrekturen sind dann natürlich um einiges in der Regel immer schärfer, auch Stopp-Marken-technisch bedingt. Letztlich aber der Euro hier wirklich in dem Versuch, hier einen schönen Boden zu bilden, der Tag ist trotzdem noch nicht rum. Die Pressekonferenz auch noch am Laufen. Also warten wir mal ab, was da unter Umständen passiert. Aber was wir heute gesehen haben, lieber Andreas, ist in der Tat das Gleiche wie beim letzten Mal. Der, sage ich mal, Ausbruch in die eine Richtung, um dann sozusagen kompletten Fake sozusagen zu initiieren und den Markt in die andere Richtung zu drücken. Genau und das sind eben auch Summen, über die wir reden. Ich meine, die Bilanzsumme der FED ist schon im Mai über die sieben Billionen Grenze drüber gelaufen und ja, trotzdem ist ja der Dollar relativ stark, wenn man sich das so anschaut und die Bilanzsumme hat ja erst in den letzten Jahren so richtig zugenommen oder in den letzten Monaten. Wenn ich mal so ein Bild hier, ich mache mal die, das Bild hier in den Äther rein von Fred. Die graue Fläche bedeutet ja Rezession, die kann man schon mal wegatmen. Also wie das Ganze hier nach oben geht, Wahnsinn. Und das war Ende Mai. Also ich habe jetzt noch nicht die aktuellen Zahlen hier eingepflegt, aber monatlich werden ja hier Milliarden rausgehauen quasi oder was heißt rausgehauen? Es werden ja Anleihen gekauft und die werden dann in die Bilanz übernommen und dadurch steigt die Bilanzsumme. So ist das Ganze zu erklären. Das ist schon Wahnsinn, was da insgesamt geschieht. Und ja, das ist auch der Grund, diese hohe Liquidität, warum der Aktienmarkt hier gar nicht stärker korrigieren kann, weil nämlich immer wieder, sobald er ein bisschen korrigiert, ich habe es ja an den Chartbildern von Microsoft zum Beispiel gezeigt oder auch von Apple, sobald eine kleine Korrektur rankommt, sind diejenigen, die Angst vor der Inflation haben und die noch gar nicht investiert waren, dann bereit von der Seitenlinie aus in den Markt reinzuspringen und weiter geht es. Und deswegen kommt gar nicht so eine richtige Korrektur zurück. Also wir haben zum Beispiel, ich habe mir neulich mal, das kann ich auf Trade Signal, glaube ich, zeigen oder vielleicht kann man es auch hier zeigen. Ich gucke gleich mal, wie man es einstellen kann und zwar den 200-Tage-Durchschnitt. Ich glaube, hier kann man es irgendwo auch einstellen. Ich weiß aber nicht, wie das Skript genau heißt. Ich hatte mal einen Chart gemacht auf dem S&P 500. Da sind wir seit Monaten ganz weit weg von der 200-Tage-Linie und immer wenn der 50-Tage-Durchschnitt mal kurz antuschiert wurde, dann ist der wieder nach oben gerissen worden, der Index. Also da sind die Investoren schon bei 50-Tage-Durchschnitten bereit, sofort wieder zuzugreifen, warten gar nicht drauf, dass mal eine 200-Tage-Linie getestet wird. Und deswegen ist man so in den Märkten auf so hohen Niveaus, wo wir eben sind. Und wenn man sich die Nestec anschaut, ich blende mich mal ganz kurz ein, damit man ja auch sieht, dass da eine reale Person spricht und nicht irgendwie ein Übersetzer von Jerome Paul Hallihallo. Jeder, der mich sieht, kann mal zurückwinken. Da ist es so, dass wir beim Nestec in den letzten drei Jahren schon eine Performance von über 100 Prozent gesehen haben. Also ein Index, ein schwergewichtiger Index, 100 Prozent. Selbst der S&P 500 hat in den drei Jahren eine Performance von 57 Prozent gezeigt. Und wenn man den DAX mal gegenüberliegt, in drei Jahren, was ist da passiert? 22 Prozent. Warum? Weil wir eben keine Technologiewerte haben, keine reinrassigen, den einzigsten reinen Technologiewert, den wir haben. Das ist eine SAP als Softwareunternehmen und die SAP, ja, da weiß ja jeder seit letztem Jahr November ging es erst mal stark nach unten. Ein bisschen hat es aufgeholt, das Gap ist geschlossen seit November, aber danach kam gar nichts mehr nach. Also zum Mehrjahreshoch braucht die SAP ja auch noch mal 20 Prozent und da sind halt die Aktien aus dem US-Segment schon weit, weit, weit drüber. Und deswegen ist das etwas, was man hier mit berücksichtigen sollte. Ich würde noch mal auf ein paar Einzelaktien zu sprechen kommen oder auch, wenn du den Markt noch mal screenen möchtest, auch dir den Vortritt lassen. Was wollen wir tun? Jo, Herbert, ich bin gerade hier in einem Austausch auch mit einem interessierten User, der hier gerade nicht reinkommt, dem helfe ich gerade. Du könntest es gerne übernehmen, so ein Stück weit noch mal überleiten auf die eine oder andere Marktsequenz, beziehungsweise auch charttechnisch interessante Aktie jetzt im Rahmen der Earnings, wo, und das weiß ich ja, du hast ja im Trading Room, da stelle ich den Link auch gerne nochmal rein, wo wir täglich die Märkte analysieren, auch natürlich das Thema Aktien auf dem Fokus. Vielleicht hast du die eine oder andere hier auch für den einen oder anderen Marktteilnehmer in petto, wo sich der Blick lohnt mit Blick auf die nächsten, sage ich mal, Tage, Wochen. Ja, das machen wir sehr gerne. Und da hatten wir die Apple, hatten wir schon eine AMD, also wir sprechen ja immer über den Chipmangel. Und schau dir mal eine AMD hier an im Vier-Stunden-Chart. Was da passiert ist, sie sind jetzt fast auf dem Mehrjahreshoch, auch schön ausgebrochen aus einer Abwärtsregion, ein paar Mal eine Unterstützung getestet in den letzten Monaten. Also dann kamen sie hier mit Anlauf ran, einmal kurz drüber nochmal konsolidiert, raus, kleine Rücksätze, aber nicht ganz auf das Ausbruchsniveau, naja, fast. Und jetzt sind wir bei einer AMD heute mit 8% hier auf dem Mehrjahreshoch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Allzeithoch ist, ich muss mal reinschauen. Scheint auch ein Allzeithoch zu sein und da ziehen die Aktien eben nach. Also während der Infineon und auch da wieder der Vergleich zwischen deutschen Unternehmen und amerikanischen Unternehmen, während der Infineon in der Seitwärtsphase 20% unter dem Jahreshoch steckt. Vom Allzeithoch ist ja noch gar nicht zu sehen. Ja, ist eine AMD hier schon ordentlich nach oben gelaufen und es knackt vielleicht dann zum Handelsschluss oder morgen das Allzeithoch. Also das sind so Aktien, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und wir hatten China kurz erwähnt, beziehungsweise vorher nehme ich noch die Amazon rein. Die Amazon hat auch mustergültig nach dem Ausbruch vom Allzeithoch hier dem dynamischen Ausbruch nochmal einen Rücksetzer gezeigt. Also so ähnlich wie Apple, Ausbruch, Rücksetzer und dann nochmal ein neuer Ausbruchsversuch, aber das nicht getoppt. Also hier bleibt auch die große Frage, kann sie sich hier abstoßen und mit den Quartalszahlen vielleicht Schwung holen? Die kommen am Donnerstag nachbörslich, also nicht heute Abend, sondern morgen nachbörslich. Also da ist auf alle Fälle etwas Spannendes noch zu erwarten aus dem Technologiesektor. Übrigens in dieser Woche sind die meisten Quartalszahlen, die der Quartalssaison in enger Zeit gemeldet werden. Danach sind die erst mal vom Tisch. Das dümpelt dann nochmal zwei, drei Wochen aus. Da kommen noch ein paar Nachzüge, aber die meisten der Quartalszahlen. Also die Fülle ist in dieser Woche. Also da zeigt sich am Markt, ob wir hier insgesamt das gut überstanden haben. Das letzte Quartal, was sich im Moment so andient. Die Banken haben ja damit begonnen. Goldman Sachs, JP Morgan und so weiter. Wenn man die US-Banken zusammenrechnet, ist ein Gewinn rausgekommen von 42 Milliarden. Also damit könnte man die deutsche Finanzbranche komplett aufkaufen. Das war nur der Quartalsgewinn, also schon ordentlich bewirtschaftet, wurde abgefahren. Auch Goldman Sachs auf Allzeithoch. Auch die sieht genauso aus wie Microsoft. Brauche ich den Chart hier nicht reinlegen, brauche ich nur oben das Kürzel ändern. Und bei Amazon, wenn das Ganze und jetzt komme ich über Amazon in die China-Fraktion rein. Wenn bei Amazon ein bisschen Sand im Getriebe ist und wir fallen dann wieder unter diese 3500, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch schnell nach unten geht, weil im direkten Vergleich zu den asiatischen Amazon und das heißt Alibaba, ja, zu dem großen Lieferhaus, die haben ja auch mit gelitten unter diesen Schwäche Anzeichen der chinesischen Aktien allgemein. Alibaba unter Druck geraten. Aber wenn man die Aktien vergleicht, eine Alibaba steht bei 180, eine Amazon bei über 3000, trotzdem machen die denselben Gewinn je Aktie. Also Amazon macht weitaus mehr Umsatz, klar, aber die haben viel, viel kleinere Margen. Und der chinesische Konkurrent von Amazon hat eben denselben Gewinn je Aktie und ist deswegen, weil die Aktie ja irgendwie nur ein Bruchteil von Amazon wert ist vom Kurs her viel, viel attraktiver, wenn man das direkt vergleicht. Nun kommen die politischen Querelen hier mit ins Bild, die muss man mit berücksichtigen. Aber wenn ich das mal ausklammere und die Politik sich beruhigt, würde ich lieber eine Alibaba kaufen, wenn ich in dem Segment E-Commerce investieren möchte, als eine Amazon. Also das wollte ich nochmal hier mit reinreichen für denjenigen, der auch über verschiedene Märkte mal hinweg schaut. Und Alibaba hat als Kürzel Baba, heute auch über 5% nach oben. Aber trotzdem, hier wollte ich die Aktie erst einsammeln und dann kam eben diese politische Meldung. Ich bin nicht rein, habe es auch nicht bereut, dass ich nicht getan habe, auch wenn es hier einen starken Bounce gab. Aber übergeordnet sind wir eben jetzt auf einem Niveau gewesen, wie wir das Niveau zuletzt mal gesehen hatten. Vor einem Jahr im Juni 2020 war diese Unterstützungszone, die kann man ja auch nochmal ein Stück weiter rüberziehen, um da noch mehr Farbe ins Chartbild vom letzten Jahr reinzubringen. Und dieses Tief war dann vom letzten Jahr März diese Region, wo wir aufgeschlagen sind. Es gibt also noch keine Entwarnung, charttechnisch, ob ich jetzt den Abwärtstrend nehme oder ich kann es auch mit dem letzten Erholungshoch hier mal zeichnen. Wir sind immer noch in einem Abwärtstrend und auch wenn es eine Gegenbewegung gab, die haben wir auch gesehen, bei anderen Aktien, die besser dastehen, muss man noch nicht unbedingt einsteigen. Aber wenn es dann wieder zurückgeht zu so einer Unterstützung, wie zum Beispiel eine Nio, finde ich sehr, sehr spannend. Der Automobilmarkt ist ja immer noch einer der Zukunftsmärkte und da gibt es eben nicht nur die Player, Volkswagen, BMW, Daimler und eine Tesla, sondern nein, nein, da gibt es noch viel, viel mehr. Eine Nio zum Beispiel, die lässt die ersten Autos schon zu. In Schweden kann man das mobil kaufen. Sieht auch ziemlich cool aus wie so eine Audi Q3, so ähnlich. Also von Weitem erkennt es den Unterschied nicht. Und ja, dann kommt ja auch noch eine Lucid Motors bald hier auf die Straßen. Also da gibt es schon Prototypen und so weiter und so fort. Also in Richtung Automobilindustrie. Da gibt es noch viel zu erleben und da sollte man sich neben Tesla, auch Tesla heute nur leicht stärker. Da gibt es auch noch keinen großen Rann, weil wir eben diese Widerstandszone weder erreicht noch durchbrochen haben. Die sehe ich um die 700 als wichtig an. Also nach den Zahlen gar nicht viel passiert. Da war man anderes gewöhnt. In den letzten Jahren, da gab es bei einer Tesla eher Action, aber im Moment eben leider nicht. Deswegen vielleicht mal andere Sektoren anschauen. Chip-Sektor. Ich hatte schon die AMD genannt. Da gibt es noch einen sehr, sehr coolen Wert aus dem, nee, das ist SMA Solar. Da kommen wir später dazu. Ich wollte die Samsung SDI zeigen, weil das ist nämlich auch ein Wert, der aus einer Unterstützungszone sehr, sehr schön ausgebrochen ist, mustergültig und auch Richtung Allzeithoch hier strebt. Und die machen auch Chips auch fürs autonome Fahren und so weiter. Also das kann man sich auf jeden Fall anschauen. Und vielleicht auch noch mal, wenn der Bitcoin hier stärker in den Fokus kommt. Denn der Bitcoin, das war ja auch ein Analyseinstrument von dir. Er hat sich an die 40.000 rangehangelt. Aber die Unternehmen, die mit Bitcoin so ganz eng in Verbindung stehen, die bleiben uns noch eine größere Bewegung schuldig. Und da habe ich mir die Coinbase hier rausgesucht. Denn die Coinbase, auch die profitiert ja vom Bitcoin-Handel. Das ist die größte Börse, Kryptobörse, die börsennotiert ist. Also schwieriger Satz ist aber korrekt von der Rechtschreibung her vom Wording. Und da hatten wir, als der Bitcoin hier zulegte, bei der Coinbase nur in Anführungsstrichen eine Bewegung gesehen von 10 Prozent. Aber ich denke, das hat eine Hebelimplikation. Das heißt, die Umsätze durch das gesteigerte Handelsvolumen an der Coinbase-Börse, weil eben nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum, die Futures und so weiter, dann natürlich auch in den letzten Tagen wieder stark aufgedreht sind. Die dürften sich in der Coinbase-Bilanz niederschlagen und die haben auch ein paar eigene Assets, also ein paar eigene Kryptos in ihrem Bunker, so ähnlich wie eine Bitcoin Group in Deutschland, die das Portal Bitcoin.de betreibt. Auch die haben eigene Assets und sind so eine Art Hebel auf den Bitcoin-Preisen. Da schaue ich immer sehr, sehr skeptisch. Wie ist das Verhältnis zwischen der Aktienentwicklung von einer Coinbase oder einer Bitcoin Group und dem eigentlichen Bitcoin-Kurs? Und wenn der Bitcoin-Kurs stärker sich nach oben bewegt als die Aktien, dann gehe ich davon aus, über die Korrelation, dass hier ein Nachholpotenzial besteht. Da muss aber die Charttechnik auch noch mitspielen. Das hat sie eben bei Coinbase noch nicht. Also wir haben diese Hochs hier noch nicht überschritten und diese Hochs waren eingezogen, als der Bitcoin tiefer stand. Also das heißt, wenn es hier zu einem kleinen Squeeze kommt, also wenn wir hier über die 250 nach oben laufen, dann wäre ich auch gewillt, auf die Aktien mal aufzuspringen und dann muss die 260 rausgenommen werden. Und dann kann auch ganz, ganz schnell mal wieder die 300 reinkommen. Das Unternehmen an sich ist mit 50 Milliarden relativ solide bewertet. Das war ja nach dem IPO bei 120 Milliarden. Also das war schon eine ganz andere Liga, die man hier ursprünglich hatte. Und von dem Niveau ist es schon ordentlich wieder zurückgekommen. Ich denke, dass man bei solchen Aktien hier zweimal hinschauen sollte oder auch muss, weil man dann Chancen identifiziert, die dann vielleicht auch für die Zukunft, für die nächsten Monate relevant werden. Es geht ja nicht nur um Daytrading, sondern auch der in Anführungsstrichen gemeine Daytrader, der muss ja auch irgendwo mit seinem Gewinn hin. Und die steckt er dann in der Regel auch in andere Anlagen, vielleicht Sachanlagen, vielleicht aber auch in Aktien, die mittelfristig eine gute Perspektive haben. Und jetzt möchte ich den Kreis noch mal schließen, was ich ursprünglich gesagt habe. Wir sind ja schon jetzt hier locker auf 21 Uhr zugelaufen, ohne dass so extrem viel passiert ist in den US-Indizes. Ich hatte davon gesprochen, dass wir ein Konjunkturpaket in den USA noch mal sehen können, also dass das noch nicht ausstaffiert ist. Da gibt es über die Feinheiten, über die Summe noch mal ein bisschen Querelen zwischen Demokraten und Republikanern. Aber dass es kommt, das steht außer Frage. Die Höhe und die Ausgestaltung ist noch mal eine Frage, die beantwortet werden muss. Und wenn ich mir dann deutsche Unternehmen anschaue, die davon profitieren, da fällt mir als erstes eine Hochtief ein. Die habe ich auch öfters besprochen gehabt und die Hochtief hat tatsächlich hier in der Unterstützungszone gedreht. Das wäre für mich auch ein schöner Trigger gewesen, hat aber an dem Tag gedreht, am vergangenen Montag, als der Markt so schwach war. Und da habe ich nicht dran geglaubt. Da dachte ich wirklich, es passiert wie bei den US-Aktien, dass es chinesischen Aktien, dass die hier durchhämmert. Ich habe mich zurückgehalten und bereue es jetzt ein bisschen, denn mittlerweile ist sie schon bei 48, 68, 50 und ist auf dem besten Wege. Den Pfeil habe ich hier noch vermerkt, habe immer drauf gelauert, wann ich einsteigen kann. Habe es dann, wie gesagt, verpasst. Aber ich denke, sie ist auf einem guten Weg, hier vielleicht auch Richtung 70, 72 zu laufen und dann hier eine größere Entscheidung zu erzwingen. Wenn man ein bisschen zurückspult, die Hochtief, die war ja im letzten Jahr schon über der 100, 115 waren die Kostnotierung, also fast halbiert. Und so viele schlechte News gab es da gar nicht. Es gibt ein bisschen Anteilseigner-Querelen. Einer möchte seinen Anteil verkaufen, hat noch keinen Käufer gefunden und so weiter. Aber die Hochtief ist international tätig, hat auch in den USA einen sehr hohen Marktanteil. In Kanada gab es jetzt einen Zuschlag für eine Riesenautobahn. In Australien wird gebaut, auch irgendwie eine Riesenstraße. Das sind Projekte, die haben Volumen von mehreren Milliarden teilweise. Und auch in den USA ist sie stark vertreten. So ähnlich wie auch eine Heidelberg-Zement. Die kennt auch der ein oder andere, ist ein DAX-Wert. Die Hochtief ist ja kein DAX-Wert, sondern die Hochtief ist ja im MDAX, wenn ich das richtig sehe. Und jetzt müssen wir nur noch die Heidel finden, hier Heidelberg-Zement. Dann nehmen wir Druckmaschinen, wollen wir nicht, sondern die Heidelberg-Zement in Frankfurt. Und auch da könnte jetzt ein Ausbruch erfolgen. Also die Baubranche ist die Branche, die vielleicht nach der Internetbranche in der Pandemie, sobald der Lockdown durch ist, international oder wir auch keine vierte Welle bekommen. Das ist natürlich noch so ein großes Fragezeichen, kann ich auch nicht beantworten. Aber charttechnisch sehen diese Bauwerte wieder sehr, sehr gut aus. Wenn die Heidelberg-Zement hier nochmal Fahrt aufnimmt, dann ist so eine 80 durchaus machbar. Und wer damit entsprechend Hebeln oder Zertifikaten einsteigt oder auch von den Dividenden profitieren möchte. Denn das sind alles Unternehmen, die Dividendenrenditen, also eine Hochtief hat, glaube ich, eine Dividendenrendite von über 4 Prozent und die hier liegen bei 3,9 Prozent. Das ist doch was Ansehnliches, was auch in Schwächephasen vom Kurs durchaus einem das Durchhalten oder Dabeibleiben versüßt, möchte ich wohl meinen. Das wollte ich noch darstellen, damit sich auch diese Argumentation, die ich ursprünglich hier vollzog, schließt im Dow Jones. Wir blicken wieder zurück auf die Märkte. Wenn sich hier aber nichts ergibt, dann, ja, wir waren hier an den Hochs, die wir heute schon oder gestern quasi am Nachmittag gesehen haben. Also vielleicht hier eine Zone, wo der Markt abprallt. Ich würde eher die favorisieren. Da ist er noch gar nicht hingekommen. Aber der Weg, seit wir hier unser Gespräch führen, ist eindeutig aufwärts gerichtet. Im Nestec ist gar nichts mehr passiert. Da sind wir an diese, oh, hier genau an die Linie angedockt. Wenn man immer viel redet, dann sieht man es nicht. Das hat den einen Nachteil. Aber man sieht, wie gut Charttechnik funktioniert. Und vielleicht hat der ein oder andere hier in der Community auch die Linie nachvollzogen und sie sich auf den Desktop gelegt. Das ist ja auch die Idee dahinter, wenn wir hier die Märkte besprechen, dass man auch was mitnimmt, dass man nicht nur unterhalten wird wie bei RTL 2, sondern dass man hier auch die ein oder andere Idee für sein eigenes Trading mitnimmt, vielleicht auch Linien, die man vorher noch nicht gesehen hat, einbaut in seine Charts und dann für sich selber die Entscheidung trifft. Gehe ich rein, wenn die Linie gebrochen wird, spekuliere ich bei einem Anlaufen an die Linie drauf, dass die Linie hält. Das sind ja immer die Szenarien, die man hier quasi unterstellt. Jetzt habe ich mich aber ganz schön in Rage geredet. Die Stimme wird langsam trocken. Jerome Paul sagt auch nicht mehr viel. Er sagt zum Beispiel, die gegenwärtige Situation am Arbeitsmarkt ist ungewöhnlicher. Das glaube ich auch. Eine Reihe von Faktoren ist dafür verantwortlich. Auch das würde ich unterschreiben. Der Stellenaufbau sollte sie in den kommenden Monaten beschleunigen. Das unterschreibe ich erst mal nicht. Da will ich erst mal sehen, wie das mit den ganzen Delta-Varianten und so weiter von statten geht. Ja, super gemacht. Also wie gesagt, Aktien, super Hinweis an der Stelle. Auch hoch, tief, spannend. Ich kann mich erinnern, dass wir die unlängst auch mal gecovered hatten. Hatte auch die Frage gerade dazu. Sie wirst du auch sehen in dem Chat, wie man denn jetzt Aktien handeln kann, lieber Stefan bei JFD. In der Tat haben wir ja dann die kostenlose Aktienofferte laufen. Die echten Aktien allerdings kannst du in der Tat nur im MetaTrader 5 handeln. Das liegt auch an der Beschränkung vom MetaTrader 4. Dort findest du in der Tat nur diese, wir wollen es nennen, CFDs, mit denen du natürlich auch an fallenden Kursen partizipieren kannst, dein Depot auch versichern kannst. Aber am Ende des Tages hast du hier natürlich tatsächlich nur im MetaTrader 5 die Chance, die klassischen, echten, physischen Aktien, die Dividendentitel einzusammeln und natürlich auch daran zu partizipieren. Das heißt, wenn du, wie ich ja sehe, schon Kunde bei uns bist, einfach ein Subaccount eröffnen, MetaTrader 5. Für S-Aktien musst du dann noch das W8-Formular steuerlicherseits ausfüllen. Aber dann hast du sozusagen alles, was du brauchst und kannst sozusagen neben dem MetaTrader 4-Account auch auf dem MetaTrader 5 handeln und nebenbei bemerkt natürlich auch dann im Guidance beispielsweise hier diese Chartanalyse vollziehen bzw. die Aktien selber covern. Ansonsten, Andreas, wie gesagt, ein schöner Rundumschlag zu den Aktien auf breiter Front, muss ich sagen. Also wirklich super ist auch etwas, liebe Teilnehmer, wo ich euch mitgeben will, dass das auch ein Thema im Trading-Room ist. Klarerweise haben wir hier nicht jeden Tag die Intraday-Volatilität, die wir uns wünschen und da wird häufig auch die ein oder andere Aktie besprochen. Insofern nehmt euch das gern zu Herz und schaut euch gern in unserem Trading-Room um. Ich werde einen Link auch gleich nochmal reinstellen. Aber ansonsten denke ich, Andreas, Euro-US-Dollar setzt sich so ein Stück weit am Vortageshoch und zwischen dem Vorwochenhoch, Vortageshoch irgendwo fest. Ich glaube, jetzt gibt es keine großen eskalierenden Moves mehr. Gold auch für mich relativ entspannt. Die 1.800 hält allerdings. Vortagestief auch verteidigt. Die Marke um 1.790 für mich ein schönes Support-Level. Vielleicht nimmt Markus den Goldpreis morgen auch beim Devisenradar wieder den Fokus. Ich werde das Devisenradar am Freitag wieder machen. Spätestens da würde ich Gold wahrscheinlich nochmal covern. Auf jeden Fall spannend. Aber am Ende viel Staub. Schöne kurzfristige Bewegung, die wir beide mehr oder weniger auf jeweils anderer Seite ausgerichtet mitnehmen konnten. Insofern auch ein wunderschöner Abschluss, will ich sagen. Und ich hätte jetzt hier noch das Big Picture zum S&P vielleicht, aber das können wir uns auch aufheben für eine der nächsten Sendungen. Lieber Andreas, ich denke, wir haben heute in einer guten Stunde plus hier wieder wirklich für reichlich Inhalte gesorgt. Aus den USA, wie du schon sagst, war jetzt nicht so viel zu vernehmen. Die Tatsache, dass es natürlich hier immer wieder auch vom Corona-Effekt, vom Pandemie-Effekt sozusagen abhängen wird, ist sicherlich immer das Damlockes-Schwert, was so ein Stück weit schwebt über den Märkten und über die ganzen Welt letztlich. Zinsanhebungen, das war auch noch ein wichtiges Feedback von Paul vielleicht, sind derzeit nicht auf dem Radar der Fed. Das ist natürlich auch mal eine Aussage. Ja, und nun geht es jetzt um die nächsten sechs Monate oder um die nächsten 24 oder 48. Also letztlich wieder wirklich eine Blaupause für irgendwas. Lassen wir es mal dabei bestehen. Ansonsten auch, das war interessant, kurzfristig zeigen die Inflationsrisiken wahrscheinlich zur Oberseite. Na, welche Überraschung? Die zeigen nicht nur wahrscheinlich zur Oberseite, sondern sehr deutlich, wie ich finde. Am Ende des Tages, Leute, lest es, wie gesagt, da immer auch zwischen den Zeilen, bildet euch eure eigene Meinung und seid willkommen bei unseren Formaten, die wir hier da bieten. Und wie gesagt, wir schauen auch gern auf einzelne Werte und natürlich im globalen Sinne immer auf die Indizes. Und ich kann nur sagen, lieber Andreas, danke, dass du heute Abend wieder uns deine Zeit sozusagen zur Verfügung gestellt hast. Einen hätte ich noch. Einen hätte ich noch hier mal kurz aufgestreamt. Guck mal hier, 29 Prozent. Kam aus der Twitch-Community. Till Ray, einer der größeren Cannabis-Produzenten, Lieferanten, weil einer, ich zitiere auch nur, hier geschrieben hat in der Community. Wer weiß, was Jerome Paul geraucht hat. Da ist mir eingefallen, die Till Ray ist ja heute ganz gut angezogen und aber auch einen relativ luftleeren Raum. Und das sind eben Sachen, die man charttechnisch gar nicht erfassen kann und die ich auch dann nicht handeln kann. Also ich kann sowas ganz gut handeln oder mag es gerne handeln, wenn wir an der Unterstützungszone ranlaufen und von ihr abprallen oder durch eine Trendlinie durchlaufen oder anlaufen und nicht durchlaufen. All das sind Szenarien, die ich gerne handele und die man handeln kann. Aber ich kann sowas nicht handeln, wenn aus einem luftleeren Raum dann so eine Aktie auf einmal nach oben läuft. Und das waren ja genau auch diese chinesischen Aktien, die wir eingangs besprochen hatten. Die hatten nämlich genau so ein Bild. Die sind dann einfach mal von weiter unten. Im Stundenschalt sieht man das bei Alibaba noch mal ein bisschen besser. Einfach mal von unten kommend, wieder nach oben laufend. Und das ist nichts für mich. Aber die Frage war noch hier im Chat. Ich habe vermerkt, ob du die in S&P 500 nicht doch noch reinreichen kannst, wenn man ihn als Abschluss noch haben, das Big Picture. Natürlich, natürlich, natürlich. Das ist sicherlich für den einen interessant. Dann hole ich mir den Bildschirm doch dann gleich noch mal rüber. Zum finalen Abschluss kann ich das gerne noch mal darbieten an der Stelle. So wie ich das ja immer gerne mache eigentlich. Dann auch das Ganze beschließe. Ich möchte an der Stelle, wie gesagt, dann auch schon mal Andreas Danke sagen. Damit du dich auch der Familie widmest. Es war wieder ein langer Tag an der Stelle. Ich will auf jeden Fall sagen Respekt. Danke. Und den kleinen S&P 500 schiebe ich jetzt natürlich noch nach. Jetzt muss ich mich nur noch mal kurz umsetteln. So, jetzt muss ich mal gucken, welcher Bildschirm jetzt hier eigentlich on Vogue ist. Ich glaube, jetzt habe ich den richtigen ausgewählt. Glauben ist nicht Wissen, aber ich glaube, ihr seht es oder ich hoffe zu erahnen, dass ihr jetzt den Big Picture wieder vom S&P 500 seht. Das ist natürlich ein Chart, den wird der eine oder andere kennen, weil ich den immer wieder gern auch zaubere im Rahmen dessen, dass wir uns hier trotz der Unsicherheiten, in denen wir uns bewegen, langfristig natürlich in einem super sauberen Bild sehen. Wir sehen hier den Jahrzehnt, das Chart von S&P 500 und auch eben hier die Möglichkeiten der entsprechenden Chancen am Aktienmarkt. Ich möchte aber hier immer darauf hinweisen, wir hatten es vorhin von Saisonalitäten und Zyklen. Klar sehen wir hier seit der Finanzmarktkrise auch insbesondere den hoch eskalierenden S&P 500, der immer mal wieder für kleine Pausen gut war, aber generell natürlich wie am Schnurrband nach oben gezogen ist und wir sehen hier, und das finde ich ganz spannend, ich will nicht den Doktor Dumm raushängen lassen, aber ich vermute zwischen 22, 23 ist hier so ein zyklischer Hochpunkt, der, und das zeigt die Vergangenheit bis in die 1930er Jahre zurück, immer wieder dazu sorgte, dass markante Hochs ausgebildet wurden und die Aktienmärkte sozusagen dann in tatsächlich einen Bärenmarkt übergangen sind. Und das sehen wir hier mit Blick auf die 80er, 90er Jahre, wo es ausblieb, war hier in der Dotcom-Phase, da sehen wir sowas ähnliches wie jetzt, dass es sozusagen fast zwei Jahrzehnte lang nur nach oben ging, um dann eben hier die Dotcom-Blase wirklich da buchstäblich die Luft rauszulassen. Das hat im großen Bild jetzt auch keinen wirklich großen Schaden hinterlassen, aber es war eben doch eine Phase von fallenden Kursen, nicht mal nur einen Monat, wie wir es bei der Pandemie hatten letztes Jahr, oder eben mal über drei, vier Monate oder mal eben einen Crash-Monat. Nein, das war eine Phase, da ging das über anderthalb, zwei Jahre, dass die Kurse wie am Stück gefallen sind und 50 Prozent Aktienkorrektur war da normal und das im Index wohl bemerkt. Und das heißt, einzelne Aktien sind da noch deutlicher unter die Räder gekommen und hier möchte ich nur sagen, die Aktienmärkte sind keine Einbahnstraße, aber im Long-Term über mehrere Jahrzehnte ist es die beste Anlageform überhaupt. Und hier mit Blick auf den Big Picture eben, ich vermute, die Kurse steigen durchaus weiter und ich traue dem S&P in der Tat auch noch die 5000 Punkte zu, bevor wir dann möglicherweise auch an diese runden Hausnummer uns den Kopf stoßen oder irgendwas Konjunkturelles, Globales passiert, wo dann die Märkte, und ich wünsche es jetzt nicht unbedingt der Gesamtheit der Aktienanleger, aber es ist eben auch normal, dass die Märkte korrigieren können und das eben nicht nur mal über Wochen und kurze Monate, sondern über einen längeren Zeitraum. Und das zeigt uns die Geschichte, insofern zeige ich auch immer den S&P gern und insofern auch danke an die Frage hier von Peter und auch Jürgen, dass ihr den noch sehen wolltet und die anderen Zuschauer sagen auch danke, war super lehrreich, hilfreich und bedanken sich für die Zeit, die wir euch gegeben haben. Ich sage auch danke für eure Teilnahme, davon lebt das Ganze natürlich. Insofern möchte ich den Abend auch beschließen nach gut anderthalb Stunden. Wie gesagt, viel Rauch um nichts heute, im August übrigens kein FED-Event, das heißt, wir sehen uns hier am Abend erst wieder im September wieder, der Salzrecht hat sich eingeladen. Ich will mal sehen, ob ich die Aufzeichnung für alle nicht heute dagewesenen Teilnehmer noch durch den ETA jagen kann, sodass da auch jeder dabei sein darf im Rahmen der Informationen, die wir heute über den ETA geschossen haben und die eben nicht dabei sein konnten um diese Zeit. Wollen wir mal sehen, was geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen fantastischen Abend zur Chartanalyse S&P. Nochmal ins Detail kann ich gern nochmal mehr sagen, aber das große Bild gibt uns durchaus noch Spielraum genorden. In dem Sinne, lieber Andreas, falls du noch nicht vom Stuhl gefallen bist, schöne Grüße in den Norden. Ich sage Horido, fette Beute an euch alle und danke, dass ihr dabei wart und freue mich drauf, euch bald wiederzuhören. Morgen, wie gesagt, Trading Group Action direkt Livestream auf YouTube und wir versorgen euch natürlich immer gern mit Content. Also, schönen Abend an alle und vielen Dank an dich, Andreas. Danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.